Herzlich Willkommen bei einem Tele-Stammtisch und einem neuen Audio-Kommentar-Projekt. Ich bin einer von denen, auf dessen Mist das hier gewachsen ist, der Lasse und bei mir sind der Patrick, der Andi, und der Dom. Egal, hi. Ja, genau, richtig, richtig. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, heute machen wir einen Audio-Kommentar zu Batman und Robin. Als Einstieg möchten wir sagen, Ruhe und Frieden, Joel Schumacher. Du warst ein sehr besonderer Regisseur, du hast einen besonderen Platz in unserem Herzen und wir geben dir nicht die vollständige Schuld an diesem Film. Aber es ist leider dieser eine Film, naja, weswegen man sich auch an dich sehr erinnert. Es ist auch dieser eine Film, weswegen Batman erstmal einige Jahre in der Versenkung verschwunden ist. Ja, zurecht. Zurecht, aber wir müssen sagen, ja, warum machen wir das jetzt hier eigentlich? Zeigen wir auch, ja. Ich glaub, der ursprüngliche Anlass war auch völlig random und das hier hat sich dann jetzt eigentlich nur nochmal verschoben, weil ja Joel Schumacher von uns gegangen ist und wir das dann doch etwas geschmacklos fanden, auf einem frisch verstorbenen Regisseur rumzuhalten. Genau. Und dann hat Andi uns auch noch, also ein anderer Andi, der Chef Andi uns gesagt, komm, belebt doch mal die Angry Film Fans wieder. Und dann haben wir gedacht, okay, packen wir das doch an und machen dann dazu endlich diesen Batman und Robin Cast, den wir schon so ewig geplant haben. Genau. Ah ja, ursprünglich war es sogar noch ein Cast, genau. Ja, richtig. Und dann wird es zum Audiokommentar. Also, es wird genauso sein wie mit Super Mario Brothers, falls ihr den auch kennt. Wir haben jetzt alle unseren Filme auf 000000 stehen. Falls ihr eine Kopie dieses Films besitzt und masochistisch veranlagt seid, dann sinkt den euren Film einfach mit uns ab. Ich zähle von drei runter und auf null oder go, je nachdem, was ich sage, drücken wir alle gemeinsam auf play und der Film beginnt für uns. Und wir werden euch mit unseren wunderbaren Stimmen und Trivia und Dummwitzen über Wasser halten und wir hoffen, dass dieses Wasser nicht gefriert. Oh, der erste Eiswitz des Abends schon. Andi hat noch 27 andere im Gepäck. Ich habe keinen Smirn auf Eis gefunden. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr im Supermarkt. Ich glaube, die Alka-Pops sind schon verboten. Wollen wir dann vielleicht mal alle so kurz zumindest sagen, wann wir den zum ersten Mal gesehen haben? Das können wir während des Kommentars selber dann auch noch besprechen. Da gibt es genug tote Luft. Wie? Das ist doch gar nicht. Da passiert die ganze Zeit was, was kommentiert werden muss. Es passiert ständig was. Ständig und gleichzeitig nichts. Also gut, ich würde dann sagen, ich zähle runter. Seid ihr alle bereit? Jo. Gut, alles klar. Ich zähle runter. Und liebe Hörer. Seid ihr bereit? Andi, hast du noch was zu? Ja, 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 ja. Okay, alle da, alle da. Gut, alles klar. Also, los geht's. Und drei, zwei, eins, go. Und da ... Da ist das Warner Brothers, ne? Ich finde das Neue eigentlich schon ganz schön. Jetzt haben sich ein paar Leute über das neue retro rote Warner Brothers Logo beim neuen Batman-Film aufgeregt. Ich finde das schön. Warum nicht Warner Brothers? Keine Ahnung. Ja, das Neue, das wirkt halt eher wie von Warner Brothers Animation. Ja, ja, das ist so komisch, dass das war, davor Tenet zu sehen war. Ja, das war Kurs. Ach das. Aber jetzt haben wir das hier. Obwohl, wie Tenet ist das hier rot? Ja. Schwarzenegger kommt zuerst. Ja, genau. So wie, äh, na, ähm, Jack Nicholson im ersten Batman. Ja, sie gehören zum selben Schauspielkaliber. Ganz freutig. Obwohl Michael Keaton wahrscheinlich damals bekannter war als George Clooney da zu dem Zeitpunkt, oder? Das könnte sein ... Naja, obwohl, naja, Beetlejuice und so Zeug war jetzt auch nicht so bekannt. Michael Keaton war bei, bei Burtons 89er-Batman auch hinter Jack Nicholson gelistet. Ja, eben, genau. Dachte nur, der wäre da vielleicht auch schon ein bisschen größer, weil George Clooney hat davor ja auch nichts gemacht. Uh, ein 90s-Shot. Wow. Oh, das sind alles so schöne Farben, hey. Das wirkt wie ein 3D-Film. Und jetzt geht der Latex-Porno schon los. Ja. Nippel. 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 Arsch. Arsch. Penis. Eier. Und Arsch. Und Penis. Und so beginnt. Halt, ich frag mich halt wirklich, wer halt ... Also ich meine, ich weiß garantiert, wer die Idee für diese Shots hat. Aber halt, wer hat ihm nicht gesagt, Alter, warum? Ja, warum vor allem? Die ziehen das Cape. Jetzt hat man's gesehen, die ziehen das Cape erst im Nachhinein an. Weil eigentlich müsst ihr den Arsch ja gar nicht sehen, wenn die ein Cape anhaben. Aber das war schon Absicht natürlich. Boah, du logisch-fetischist, ey. Es ist echt so, äh, so, so. Infi ist Robins Cape viel zu kurz. Das ist so geil, diese epische Musik und alles super episch. Und dann dieser Scheiß-Spruch jetzt gleich am Anfang. Das ist so super. Und vor allem, äh, George Clooney sieht unfassbar verwirrt aus. Ja. Und wie geht das Auto an, glotzen? Als wollten sie Sex damit haben. Er sieht, er sieht nicht nur aus, als wäre er verwirrt, er ist es wahrscheinlich. Ja, und jetzt... Das Design von diesem Ding, also das Design von dem Batmobile in Batman Forever war ja echt noch ganz cool eigentlich. Aber das schaut ja wirklich aus wie so ein elektrischer Rasierer mit Disco-Kugel drin. Stimmt. Ah! Oh! Ach, nee, ja. Super, wenn du... Dieser Shot ist ziemlich cool mit dem Batmobile und den Flügeln da drunter. Ja. Aber es wirkt billig. Oh! In one piece! Der Einzige, der Einzige, der sich hier in irgendeiner Form anstrengt, dass das ein dramatischer Film ist, ist Michael Goff. Der Einzige. Ja. Ich glaub, der hat vielleicht irgendwie so ein Memo nicht gekriegt, wo drin stand, ey Leute, das wird alles nur Quatsch. Ja, bei echt, das ist wirklich... Ja. Vor allem, was sollte diese Krebs-Storyline? Ja, ich glaub, der war nie... Ist ja Fake-Krebs. Der war nie am Set, als gesagt wurde, hey, wir drehen einen Cartoon. Ja, genau, das ist halt etwas, was Joel Schumacher vor jedem Take geschrien hat. Wir machen einen Cartoon, Leute, Action. Obwohl, I cancel the pizzas ist noch so ein bisschen Cartoon-Dialog. Und bringen sie es dann auch ein Stück zurück. Oh Gott, wie er guckt! Ist das ein Outtake? Du hast unterschrieben für diesen Scheiß. Oh Gott. Oh Gott. Pat Hingel. Das ist so geil wie diese Szene, also da brauchst du echt eigentlich nur noch irgendwo ein rotes Telefon im Batmobile oder so, dann ist es komplett Adam West. Ja. Ja, da quatscht und so, dieser kleine Monitor. Und hier noch die Zeit, wo Bill Finger nicht gelistet wurde. Ja, vor allem der Film, der stammt noch aus dieser Zeit, als man dachte, oh, Bill-Telefone wären der heiße Scheiß. Ist ja einfach nur Skype. Vorhin wurde Akiva Goatsman eingeblendet, einer der größten Hollywood-Spiel-Finken ever, von dem ich immer noch nicht begreife, warum der eine Karriere hat. Aber ich denke mal, nicht alles in diesem Drehbuch ist seine Schuld. Ja, aber das muss man ihnen schon lassen, auch wenn das alles cheesy und billig ist und so, aber trotzdem diese Set-Designs, kann man sagen, was man will, ist ja wurscht. Aber jetzt auch das Gotham mit diesen Riesen-Statuen oder so, das hat schon ein bisschen was. Oh ja, ja, und die Kameraführung und so weiter, das hat schon einiges in Dynamik. Man hätte was draus machen können. Das steht halt so über solchen Filmen immer drüber. Ich bin mir sicher, dass die Arkham-Games so ein paar Dinger auch aus den Joel-Schumacher-Filmen gezogen haben. Ja, klar, das mag ich sogar an den Arkham-Games. Das ist eine Kombination aus allen möglichen Batman-Medien. Ja, da steckt Nolan drin, da steckt Burton drin, da steckt Schumacher drin. Es hat was sehr eigenes. Gerade die Kämpfe sind pur Schumacher mit Bane oder so. Ja, die an dem Set-Design, also als vor allem die Gotham-Außenshots und so, da hat er sich auch noch ein bisschen von Tim Burton inspirieren lassen, habe ich das Gefühl. Aber halt alles so krass auf 90s und bunt dann halt, was, ja, das ist schwierig. Ja, vor allem so halt wirklich schon, ich meine ganz ehrlich, der dritte, also der Vorgänger von Schumacher, der ist ja fast seriös gegen diese fast schon wirklich Travestie-Show teilweise. Oh, 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 jetzt haben wir hier diese wundervolle Quelle. Wilma! Wer meinte eigentlich, dass das cool ist, wie er da runter surft? Das sieht einfach nur scheiße aus. Irgendein Stunt-Coordinator. Und dann, er muss sich extra vorstellen, hey, du weißt noch nicht, ich sehe aus wie Batman oder ich bin auch Batman. Ja, aber halt, es wird ja irgendwie etabliert, dass Mr. Freeze jemand Neues ist, der jetzt gerade erst irgendwie ... Und das Batman-Logo reingefahren. Das ist Robin-Logo, bitte. Hallo. Oh. Das hat er doch in der Fresse. Ja, das ist definitiv aus der Serie, wenn er dann irgendwie gleich sagt, you break it, you buy it. Das ist sowas von Adam West. Warum fängt der eigentlich diese blöde Vasa auf? Ja, das ist alles so Sketch-mäßig, da gibt es doch diesen Glorius-Sketch, oder? Ja, genau, ich break it die beiden. Und die Mighty Ducks wieder. Dass nicht noch mehr Kapitel-Lichter sind. Aber überall, überall sind LED-Lichter drin, also in jedem Eiszapfen sind nochmal zehn LEDs drin, in diesen scheiß Diamanten, in dem Anzug von Mr. Freeze, hey. Und vor allem, welches Museum, das ist ein Archäologie-Museum oder so und an der Decke hängen so Disco-Lichter, was soll der gar nicht sein? Starlight Express, Starlight Express. Bisschen Scarecrow ist in den Villians drin. Also ein bisschen Scarecrow ist in den Guns drin auch. Boah, ich muss den noch leiser machen in Film 11, weil der Score echt so am Dröhnen ist teilweise. Der Score wurde ja nie offiziell veröffentlicht. Warum wohl? Es gibt halt nur Bootlegs von dem Ding. Dabei ist der gar nicht schlecht. Du hast es wahrscheinlich. Ja. Was? Nein, ich hab nix davon, ich mag den Score nicht wirklich. Oh. Auch für sich genommen könnte der sogar was haben. Oh nee, glaub mir, es kommen später noch so unfassbar nervige, jedes Mal, wenn Poison Ivy einen Satz sagt, dieses Saxophon. Ach, das freu mich schon, ey. Ja, Andi mag den Film. Das verstehe ich halt nicht. Die haben halt etabliert, dass Freeze irgendwie neu ist. Doch, yes. Und jetzt ist Batman on Ice. Jetzt kommt die Eis-Revue. Ja, Batman on Ice. Ja, weißt du, wenn das jetzt irgendwie eine Attraktion im Moviepark Germany wäre, wäre ja okay, aber es ist halt ein Film. Das darfst du nicht so sehen. Dann auch halt Cartoon-Beläuche. Ey, die Kostüme allein schon. Kostüme, die Beleuchtung. Das sieht eh, wie du gesagt hast. Das ist genau wie so eine Fantasy-Movie-World-Bottrop oder so. Ja, genau. Europapark, keine Ahnung. Botrop-Volk. Die Stunt-Show. Ja. Apropos Stunts, halt Fun-Fact jetzt zu Arnold Schwarzenegger. Er war nur für die Close-Ups im Anzug. Der Rest ist ein Stuntman, weil das Ding übelst schwer war. Ich war ja als Kind sogar im Moviepark Germany. Da hieß das noch Movie-World und eine Girl hatte noch Ex-Warner. Da gibt's sogar ein Bild von mir aus der Kindheit, wo ich da stehe mit Batman und Robin. Warst du da auch auf dieser, da gab's doch diese Wild Wild West Holz-Achterbahn, gell? Ja, die war cool. Da hab ich mich aber nicht drauf getraut. Hey, aber ohne Scheiß, wie gesagt, das ist jetzt, wenn du es als Kind siehst, diesen Film, ich meine, da hast du einen Dinosaurier, überall Lichter, bunt und alles Schlittschuh vorhanden und so. Da passiert schon viel in den ersten zehn Minuten. Ja, ich weiß auch noch, ich war damals irgendwie auf einem Kindergeburtstag bei Burger King, glaube ich, und da war Spielzeug von dem Film und keiner wusste, worum es da eigentlich wirklich geht. Ja, das ist aber auch ein Spielzeugfilm, Kinderspielzeugfilm. Ja, deshalb wurde ja auch Tim Burton abgesägt damals, weil sein Film nicht massentauglich genug war für Kinderspielzeug. Ja, der für Batmans Rückkehr, da wurden dann die McDonald's-Spielzeuge gecancelt. Habt ihr gesehen, wie diese Plastikeiszapfen gewackelt haben? Oh Gott, es gibt noch mehr wackelnde Eistapfen später. Wie er jetzt gerade durch die Luft geflogen ist, als würde er eintauchen in so ein Wasserbecken. Also Chris O'Donnell meine ich. Oh Gott, ey. Boah, jetzt kommt die Eismaschine. Jetzt kommt die Penisrakete. Jetzt kommt die Penisrakete, ja. Aktiviert Laser. Warum will er jetzt eigentlich so umständlich abhauen? Das ist so drüber, dann hast du erst dieses coole Auto mit den Spikes dran, nur dass er daraus mit einer Rakete wegfliegen kann, anstatt dass einfach gleich eine Rakete dasteht. Das ist alles super, da passiert so viel. Das wirkt halt, als hätte es irgendwie fünf Versionen gegeben von dieser Szene und sie haben einfach alle aneinander geschnitten am Ende. Es ist halt im Prinzip so, die haben dann diesen Entwurf für dieses Auto gehabt und dann kamen die Spielzeugmacher dazu. Ey Mensch, aber wie wirst du in deiner Rakete rauskommen? Da müssen sie es reinschreiben. Ja, das ist echt, das ist das typische Beispiel, wie wenn der Regisseur halt wie in so einem Kinderzimmer mit so Spielsachen da rumfuhrwerkt irgendwie. Es ist eine extrem so, es ist eine andere Version von dem, was Michael Bay meistens macht. Aber das erinnert mich jetzt echt so, als würden sie die schwänische Penispumpe an Kinder verkaufen wollen wegen diesem Batman-Film. Das ist ein Riesenteil hier. Ja, jetzt müsste dieselben Montage kommen wie in Awesome Pulse 2 einfach, ne? Ja. Das sieht aus wie ein Woody. Ja, genau, genau. I don't know what it is, sir. Das ist ein gewaltiger Schilie. Pass gefälligst auf. It looks like a drunk dick. Ich wurde abgelenkt von einem riesigen fliegenden Pellermann. Das ist auch so geil, wie er ihn jetzt da festgeklebt hat, wie das aussieht, dieses Eis an seinen Händen. Das schaut einfach nur geil aus. Und dann haben sie drei LEDs reingeklebt. Das sieht auch oft aus irgendwie wie Sperma oder sowas. Also bitte. Das ist ein Kinderfilm. Das ist ein Joe-Schumacher-Film. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Nein. Dieses Wochenende-Zun will be in Space. Joe-Schumacher, du warst kein schlechter Regisseur, du warst nur ein sehr wechselhafter Regisseur. Oh ja, ja. Hat variationsreiche Filme gemacht. Ich meine, vergleicht Falling Down hier mit. Ja, oder Number 23. Oh ja, ja, die ernsthaften Jim Carrey-Sachen, die er dann nachher auch noch gemacht hat. Wie er jetzt abhaut wie so eine Riesen-Motte, was irgendwie auch im Hinblick auf ihn gar keinen Sinn macht. Es ist einfach, ja, einfach noch Spielzeug, Spielzeug, Spielzeug. So Buffalo Bill trifft auf Power Rangers. Wo ist Mophora, wenn man's braucht? Genau, genau. Wo kam nicht damals zu derselben Zeit dieser Power Rangers-Film raus? Ich glaub, das waren die einzigen Filme, die ich so im Kino sehen durfte. Weil ich glaub, die waren halt, die waren nicht ab 12. Obwohl, war der ab 12 oder ab 6? Ich weiß gar nicht mehr. Der hier muss ab 12 gewesen sein. Ja, der war ab 12. Dann kam der später raus. Bei denen hab ich im Kino gesehen. Aber Batman Forever kam, glaub ich, gleichzeitig mit dem Power Rangers-Film raus. Und da durfte ich nicht rein. Deswegen musste ich immer den Power Rangers-Film schauen. Was er vorhin gerufen hat, auch Bad Bomb. Das ist halt auch so Extrem-60er-Jahre. Ja. Und jetzt kommt Silver Surfer für Arme. Oh Gott. Wusstet ihr, wer übrigens bei Batman Forever, wer einer, der zu dem Robert-Casting ... Oh! Das schaut ja richtig gut aus. Boah, das ist so ... Wer zu dem Robert-Casting gegangen ist, unter anderem. Als hätte man die kopiert vor der Explosion des Todessterns so ein bisschen. Oh ja, wir zeigen jetzt, wie sie durch die Galaxie surfen und so. Nein. Obwohl Schwarzenegger als riesige Motte ... Eigentlich wäre der vielleicht geil gewesen als Firefly. Oh, Firefly ist ein guter Gegner. Ja. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt sie was anderes. Kawabaka! Das war auch nicht forciert gewesen. Es sieht so billig aus, wie dieser Flügel abstürzt. Vor allem jetzt, wenn er mit der Kanone runterzeigt und das alles einfriert, man weiß nicht genau, was passiert und deshalb müssen sie jetzt diese Zeile so rein synchronisieren. He's freezing the furnace! Epileptica-Warnung, bitte. Boah! Obwohl, du brauchst nicht ... Dieser Film braucht nicht nur wegen Licht eine Epileptica-Warnung, das kann man schon mal sagen. Haben die nicht auch in den Honest Trailern halt, dass wann immer die halt diese Seiler, diese Greifhaken abschießen, dass es da auch so unfassbar viele Einstellungen von gibt? Ja. Auch schon ein Fortlinger, glaube ich. Bei dem Shot hier, wo sie durch die Gang laufen, alles nur Stuntman. Die drei Stars waren nicht am Set. Was hat das jetzt eigentlich gebracht, dass er da irgendwas eingefroren hat? Das ist alles verdeckt durch den Nebel. Ich meine, der Typ ist doch immer noch von 200 Metern auf harten Boden gefallen. Was hat ihm das jetzt gebracht, dass er da irgendwas eingefroren hat? Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Du hast auch irgendwie ... Und jetzt macht er mit Robin die Ice Bucket Challenge. Das ist aber so geil, dieser Sprung, der war doch völlig leckerlich. Der wäre halt ungefähr fünf Meter entfernt von Mr. Frieser auf dem Boden geklatscht. Und warum ist jetzt der Diamant nicht mit eingefroren in seiner Hand? Weil ... Der müsste eigentlich mit eingeeist sein. Weil Film. Weil Film. Ja, Schwarzenegger ist der Einzige, der wirkt als hätte halbwegs Spaß bei diesem Film. Also als wüsste der so ungefähr so, I'm in a Batman Movie, I'm gonna have fun. Alle anderen wirken einfach nur verwirrt. Ja, George Clooney hat ja irgendwie nach dem Dreh gesagt, I think we just killed the Franchise. Das ist so komisch, weil es wirkt fast so, als würde er es irgendwie so reinfauenen. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Er ist einfach nur irgendwie George Clooney. Er weiß nicht genau, was er tun soll. Ich glaube, es ist halt einfach nur fehlende Regie in dem Fall. Oder er dachte einfach, okay, ich mache jetzt irgendwie was auf einem West ungefähr. Boah, ich hätte so gern diesen Prop. Das ist doch hier irgendwo diesen eingefrorenen Sylvester Stallone aus Demolition Man. Der hängt doch auch in irgendeinem Planet Hollywood rum. Daneben müsste man diesen eingefrorenen Robin hängen. Das wäre ganz schön eigentlich. Das wäre ein cooles, oh Gott. Ein, 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 ein geistes Rotkehlchen. Yes. Natürlich, das ganze Wasser wird rot. Boah, so eine Porno-Brühe, ey. Oh, jetzt. Jeder Porno-Dreh wäre neidisch auf diese Beleuchtung. Jetzt kommt Schurke Intro Nummer zwei, obwohl sie noch keine Schurkin ist. Oh, oh, sie ist, sie ist eine weitere Schauspielerin hier. Sie ist, ich glaube, sie ist auch eine von den wenigen, die begreift, was von dem Film sie ist. Humor Furman scheint mir auch eine von denen zu sein, die einfach so, ich, ich, eingeweiht waren. Ja, ich mache hier so einfach so vollkommen over the top und Cartoon und mache hier so, dass das komplette Ding, was für den Film angemessen ist. Also sie wirkt so, als wüsste sie, was sie tut. Das war nach Pulp Fiction, ne? Ja, das war nach Pulp Fiction. Naja, aber die haben halt, die haben doch alle davor wahrscheinlich Batman Forever gesehen und haben Jim Carrey gesehen und dachten mir, okay, das kann ich auch so ungefähr. Oh ja. Ja, so ein bisschen. Gut möglich. Wie sie hier versuchen, sie irgendwie hässlich zu machen, is not working. Oh, sie sagt hier schon Venom. Das ist schon foreboding wahrscheinlich. Ja, aber das ist. Ja, das, wie heißt, Bane Gift. Oh, da waren ja alle sauer. Ich habe ja damals, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich noch nicht so ganz in den Comics drin, aber dass Bane ja überhaupt nicht dieser dumme, hirnlose Polterer ist, haben sich ja viele Comics-Fans drüber aufgeregt, gell? Ja, Bane ist ja... Jetzt werden sich über das Spielzeug gefreut haben. Sofort werden wir halt ohne wirklich richtige Vorbereitung, werden wir jetzt in dieses neue Szenario geschmissen. Oh, und hier haben wir... Der ist aber geil. John Glover. John Glover, auch am besten bekannt als Daniel Clamp aus Gremlins 2. Der sieht ja aus wie Renfield. Und vor kurzem war er auch in Shazam. Aber ja, stimmt, der sieht aus wie Renfield, ja. Ja, der hat auch immer Spaß. Kann man eben schon auch abkaufen. Ist das denn für einer jetzt? Ja, er ist definitiv auch halt einer von denen. Oh Gott, dieser Grüne Rauch, ey. Das ist Bane, ne? Ja. Das wird Bane. Das wird Bane. Und da oben sind dann die Ununited Nations. Da hast du schon wieder Disco-Licht. Warum ist da überall Disco-Licht? So, hier diese komischen Leser. Weil halt, oh, Comic. Comic heißt Cartoon, bla bla. Venom. Falsches Univisor-Voice. Dieser komische Rat, der da zuschaut. Ja, sind das die Ununited Nations? Da stand gerade einer, der sah aus der Nacken Kanone. Oh Gott, diese Ketchup-Maske, ey. Das wirkt alles so ... Nacho Libre ist das. Ja, wirklich, Nacho Libre. Hier haben wir einen von diesen so frühen Morphing-Effekten auch. Oh, der ist auch gar nicht schlecht. Ja, wo sie ja eine geschaut haben. Das macht doch Spaß. Das muss doch aus Roger Rabbit sein. Aber ey, so billig sieht das eigentlich gar nicht aus. Wenn ihr mal bedenkt, der Film ist Anno 97. Okay, das sieht jetzt halt scheiße aus. Ja, es wirkt halt so frühtisch. Das sieht gar nicht mehr so billig aus, sieht es extrem scheiße aus, ja. Ich glaube, das muss einer der Sachen gewesen sein, die Comic-Fans haben uns am meisten aufgeregt haben, wie die Bane behandeln in diesem Film. Ja, genau. Wie schon mal. Oh, ja. Aber zu dem Film passt es natürlich. Das ist schon gut. Ja, der sieht halt aus wie ein billiger Cage-Fighter einfach. Er sieht aus wie ein Tim-Burton-Charakter. Ja, oder so ein SM-Typ wie aus 8mm. Weißt du schon, der Maschine oder wie der heißt. Was machen diese random Typen da oben? Das sind halt diejenigen, denen er das als Superwaffe verkaufen will. Eben, das sind die Terroristen. Also quasi die Sponsoren oder was auch. Ach so, das ist so ein bisschen wie bei Jurassic World 2. Die sind die Tour verkaufen und führt ihnen natürlich vor. Oh, jetzt gibt's eine Überdosis. Der explodiert gleich. So wie in der Nackenkanone 2. Ich würd' nicht gehen, bevor sie den Teppich sauber gemacht haben. Wer ist da unter der Maske, O.J. Simpson? Oh. Low blow, ich weiß. Alles, wo die gegen Knallen funken. Alter, wie schlecht das aussah. Im Deutschen synchronisiert von der Stimme von Tom Hanks, welcher auch vor ein paar Jahren gestorben ist. Was Tom Hanks ist? Ach, Arne Elsholz. Genau, Arne Elsholz. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Besetzung hier für diese Figur. Arne Elsholz im Monty Python-Mode. Das ist eine der besten Szenen, wenn er sie gleich ins Regal schubst. Alter, was hat der für eine Stimme? Der spricht wie so ein ... Der spricht aber so wie so ein britischer Butler. Hat der als Alfred vorgesprochen? Keine Ahnung. Aber wer weiß, ich mein, das ist halt britischer ... Normalerweise sind die eher so osteuropäisch verrückte Wissenschaftler in Filmen. Ey, warum ist die ... Die spricht jeden Satz irgendwie, als wär sie grad Marathon gelaufen. Ja. Oder es müsste jetzt aufs Klo und darf nicht so lang, bis sie den Take hat. Das ist jetzt eine der besten Stellen mit ihm. I'm afraid you have to die. I respect your opinion, but I'm afraid you have to die. Das ist ja im Prinzip Trumps Logik. Sometimes you get ... Das ist doch jetzt echt ein billiger Horror-Shot. Oh ja. Ja. Und vor allem, was ... Boah, sieht das billig aus. Er kippt jetzt nur dieses Zeug auf sie und jetzt sinkt sie in den Boden. Was? Alter, warum ist die Kamera so ... Aber vor allem kippt er sie in die Zeitlupe drauf. Ja, aber das ist schon schön. Das ist alles so ein bisschen B-Movie, Oldschool, Frankenstein und alles drin. Und dieser Short hier vor allem. Ja, das hat so was, fast ein bisschen vom Swamp Thing oder so. Ja, jetzt kommt auch noch Laser-Licht aus dem Boden raus. Das ist echt so superschön. Andy ist verliebt in den Film. Ich liebe den Film. Andy steht auf Beleuchtung. Ja, aber richtig. Ich stehe auf Nineties-Disco. Jetzt hier aufgefärmt wird. Oh ja, das hier vor allem. Andy erst Mr. Freeze zu casten. Ich meine, das ist schon vom Dings einfach nicht der Charakter. Und vor allem auch hier, diese Szene hier halt, oh, das ist cinematisch gefilmt anscheinend. Ich hasse das. Ich hasse es, wenn ein Überwachungsfilm, ein Footage, ein Film zu sehen ist, das ist gefilmt wie ein Film. Ich glaube sogar, das hier war eine vollständige Szene, die sie ursprünglich spielen wollten als Flashback oder so. Da kommen später aber noch viel geilere Szenen. Oh ja. Weißen Ivy auf Überwachungskamera. Der Bettcomputer rendert alles cinematisch. Das ist das. Eine Explosion ohne Grund war da vorhin. Oh ja, und dieses hier jetzt hier. Das ist Frankenstein. Weil Mr. Freeze ist eigentlich eine echt geile Figur, wenn man so die Arkham Games kennt auch. Nicht nur die Arkham Games. Es gibt auch eine Animated Series Folge, die hat nicht umsonst den Emmy gewonnen. Ja, gerade da haben sie angefangen, ihn zu dieser tragischen Figur zu machen. Vorher war er doch eher so pulpig. Und dann haben sie gesagt, ja, Carsten, wir, Arnie. Dieses Ding ist auch, dieser Film ist auch so ein Paradebeispiel dafür. Oh yeah, ich greife den Muskeln. Entschuldigung. Ich mochte sein Design aber auch in den Arkham Games. Da hat er so einen leichten Ape-Sapien-ähnlichen Schutzanzug. Ja, der ist ja echt cool. Da ist ja auch eine ... Da kommt der Charakter halt richtig zur Geltung. Hier wirkt er einfach nur albern. Ja, vor allem dieser Gegnerkampf. Da musst du ja taktisch vorgehen und darfst das nicht dreimal dasselbe machen, sondern du musst ihn wirklich taktisch überrollen. Boah, der ist so ultraschwer in dem Spiel. Wirklich. Oh ja. Richtig schwer. Ja, vor allem dieser Film ist auch so ein Paradebeispiel von, wir casten nicht die, die die Richtigen für die Rollen sind, sondern einfach diejenigen, die gerade populiert sind. Angesagt sind. Alicia Silverstone, ne? Ja, wir haben noch später zwei Supermodels auch an dem Film. Ja. Und ... Vivica L. Fox. Schaut unbedingt in The Lodge, wenn ihr Alicia Silverstone wiedersehen wollt. Stimmt. Oh ja, da hat sie aber ganz kleine Rollen in The Lodge. Spoiler. Aber eine nicht weniger aussagekräftige, also ... Ja, die bleibt in der Ehrung. Die prägt schon den Film oder bestimmt den Ton des Films. Ja. Aber guck mal, sie tun auch, als wäre es ein echter Film. Darf man gerne in den Podcast reinhören zu The Lodge, der ist ... Kann ich empfehlen, den Film. Ich mag aber diese Beziehung zwischen den beiden in dem Film hier lieber jetzt als ... Ich finde, George Clooney ist ja so ein bisschen eher so der Sohntyp für Alfred. Ich mochte, Velkirma war so ein kalter Hurensohn. Keine Ahnung. Ja, Velkirma hatte, glaube ich, auch ... Ich glaube, er hatte sowohl keinen Bock als auch keine Zeit, weil er irgendwie The Saint drehen wollte. Oh. Hat der dann noch mal mit Schumacher gearbeitet? Ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar, ja. Ich meine, der war noch in einem anderen Schumacher-Film zu sehen später. Ich bin mir nicht sicher. Ach, der tausendste Bruce Wayne hat seine Eltern verloren, Flashback. Ja, aber das hier ist doch ... Der verliert ja gar nicht seine Eltern. Da kommt nur eben die Beziehung zu Alfred. Das ist eine Traumsequenz, deswegen ist die Kamera schief. Und weil Comic-Verfilmung, denn alle Comic-Panels sind immer schief. Okay, das war zu Alfred. Oh, wow. Ein Flashback, wie er eben kurz aufhilft, als er sich auf die Schnauz gelegt hat. Wow. Ja, das musste sein. Das ist aber schon ein einziger menschlicher Moment, obwohl ... Arnie mit seiner Frau ist auch sehr dramatisch eigentlich. Kann man schon mal einen Oscar spendieren. Komm, ist der Vorgänger nicht sogar noch rastloser? Ich glaube, der feuert irgendwie schon in 15 Minuten drei Action-Sequenzen ab, Batman-Forever. Hallo. Uhlala. Ah, it's a jungle in here. Oh. Ich muss sagen, hier, finde ich, sieht sie am heißesten aus, wenn sie noch nicht so aufgetakelt ist mit so einem ganzen Blödsinn. Die ist echt dünn. Ist auch eine gute Farbpalette, dieses Grün mit dem Lila und dem Rot. Die ist auch in den Games eine sehr geile Figur, Poison Ivy. Ja, das ist auch sehr politisch, ist ja Öko-Terroristin und so. Greta Thunberg, sag ich da nur und so. Im Prinzip der Attila des Ökos. Oh. Es steht die ganze Zeit diese rauchige Stimme. Und sie spricht halt auch nicht so wie in der Serie oder wie auch immer. Sie spricht das die ganze Zeit auf dem Pornoset. Es wirkt halt wie so ein extrem altmodischer, so erotischer Akzent oder was auch immer sie dann macht. So etwas, was halt heutzutage, warum redet sie so? Oh yeah, I want to suck your cock, bla bla. Ey, er sieht eher aus, als wird der ... Warum ... Warum wartet er ... Das war jetzt auch mal Airwaves. Warum wartet er es für mich mit der Zunge wie auf dem Kammschott und kippt dann um? Du hast recht. I am Mother Nature. Oh, jetzt wird erst mal alles kaputt gemacht. Ja, Juma, lauf mal durch die Gegend, laber Scheiße mit Akzent und mach alles kaputt. Und Action. Ja, es ist kasselig. Wenn sie nur so rumkaspert und alleine Monologe fühlt, wie fühlt man sich dann als Schauspieler an so einem Set? Ähm, ich glaub, das ist schon ganz spaßig. Das hat so was von ... Ey, ist er in die Eiskönigin so ein bisschen, ne? Ich bau mir jetzt meinen eigenen Palast. Ja. Ja. Ey, warum ist er jetzt plötzlich da? Völlig random. Das ist nur so ein Disconnected-Shot. Ich glaub, der ist gar nicht im selben Raum. Ich glaub, die haben den einfach nur so reingeschnitten. Ja, ich glaub, die sind nicht im selben Raum. Du musst dich an, denkst, denkst, an, wie sie bei der Sex-Szene auf die Ninjas geschnitten haben. Snowy Coat. Nein. Oh, nein. Oh, oh, oh. Das ist so heilig. Diese Eisbärenpantoffeln, ey. Hatte ich aber auch mal, glaub ich. Die hast du gerade an, Andi, ne? Ja. Gerade hab ich die Tigerpantoffeln an. Alle diese Henchmen sehen aus, als würden sie schwitzen. Halt, das ist kein gutes Ice-Make-up oder was auch immer das ist. Ja, wahrscheinlich ist das mega warm da in der Szene. Die Szene ist so geil. Also, das ist ja wirklich, wie im Comic immer diese Joker-Henchmen und so auch. Das ist ja so quatschig einfach. Ich mag das. Warum braucht er eine Zigarre, wenn er kalt bleiben soll? Alter, was ... Alle Henchmen haben ein individuelles Design. Das haben sie bei den Arkham-Games ja auch übernommen. Hat er einfach nur einen fetten Joint? Sieht aus wie ... Nein, das ist eine Zigarre. Nein, das ist eine Zigarre. Wifi Kyle Fox ist nur in dieser einen Szene und dann geht sie einfach weg. Jetzt gleich, das ist irgendwie ... Ihr letzter Satz und gleich geht sie einfach weg. Und dann ist sie nie wieder im Film. Ja, Cold Shoulder. Und dann ist sie ... Dann sieht man sie nie wieder. Tschüss. Boah, sie sieht auch aus ... Die geht jetzt zu Donald Trump oder was, ey. Ja, das war natürlich in Bad and Forever schon besser. Weil hier, wie heißen sie nochmal? Drew Barrymore. Und wer war die andere nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Diese Hench-Women, sagen wir mal, von Two-Face. Das war auch großartig. Ach, ja. Oh, ja, ja, genau. Das mit seinem Mega-Joint, ich glaub, das ist einfach ein Behind-the-Scenes-Clip, den sie einfach reingeschnitten haben. In einer Drehpause. Boah, Alter, seine Augen! Ja, das fand ich so ... Diese Kontaktlinsen, Alter. Der Typ auch, dieser Hench-Women, der sieht auch aus wie irgendwie so ein gefehlter Stand-Up-Comedy-Darsteller. Ja, vor allem, der guckt eher, als würde der verbrennen und nicht, als würde der kalt. Der schwitzt total. Aber ich mag das schon ein bisschen, also diese Kostüme und auch dieses ganze ... Diese ganzen Gimmicks und so, alles so überdesignt und so. Den Film hätte vielleicht Terry Gilliam machen sollen oder so. Der wäre doch hässlicher gewesen. Aber Terry Gilliam wäre geil geworden. Aber dann wäre der genauso zusammenhanglos, weil Terry Gilliam ist kein guter Geschichtenerzähler. Nope, 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 nope. Bitte, was? Also, ich mag Terry Gilliam, aber der ist halt ... Wir sehen am liebsten an Monty Python. Sie ist ein Model, das mega populär war zu der Zeit. Ich glaub, Wendela hieß sie. Was? Ich glaub, sie hieß Wendela. Das ist ja das Schöne an dieser X-Ray-Funktion. Du kannst da grad gucken. Stimmt. Dann hast du den Namen. Ja, oh, wir machen nur, wir haben für Amazon hier. Oh, shit. Oh, nein. Scheiße, jetzt hab ich Stopp gedrückt, weil ich X-Ray ... Ich auch, ich auch. Nein, wie komm ich da wieder raus? Okay, Alicia Silverstone, die aussieht wie ein Hentai, wie eine Hentai-Fantasie. Sie sieht aus, als hätte sie ... Gleich hat man den ersten Close-Up von Alicia Silverstone. Wow, das ist die erste Szene. 20, 20, 30, 34, 35. Ja, wir sind ... Mach mal zwei Sekunden Pause. Jetzt haben wir gerade die Besetzung aufgemacht und zwei Sekunden verloren oder so. Okay, eins, zwei ... Nee, ich bin genau da. So. Jetzt Alicia Silverstone von hinten sehen wir jetzt. Und jetzt steigt sie hoch. Seht ihr das auch? Nee. Ja, mach jetzt. Okay, gut. Ja, jetzt, der erste Close-Up von Alicia sieht aus, als hätte sie null Bock. Einfach null Bock. Äh. Ich dachte wirklich, die Kamera zeigt jetzt noch ihren Arsch so frontal. Sie sieht so ... Vor allem, die Uniform sieht aus, als wäre sie drei Nummern zu groß für sie. Halt, wenn ihr sie so richtig mega attraktiv aussehen lassen wollt, dann ist das hier keine ... Ja, das wollen wir. Und sie hat mega viel Scheiße, sie hat mega viel Bodyshaming auch abgekriegt für diesen Film, was absolut unfair ist. Ja, das hatte ich auch gelesen, dass die irgendwie ... George Schumacher hat auch was gesagt von wegen, oh, sie hat ein Verbrechen begangen, sie hat eine Pizza gegessen oder irgendwie sowas. Ja, genau. Also, George Schumacher war da immer ziemlich gut darin, auch so Bullshit zu entlarven, wenn es um sowas ging. Genauso wie auch, als sich alle Leute über Nippels auf dem Batsuit aufgeregt haben, hat er so gesagt, you all need to get a life. Das ist aber auch so geil, wie die alle angezogen sind. Und da weiß man sofort, hier, der Butler, sie ist eine Ex oder nicht Ex, aber sie ist doch auf Urlaub. Wieso hat sie ihre scheiß Schuluniform eigentlich noch an? Das verstehe ich auch nicht. Damit man erkennt, dass sie auf irgendeiner Universität studiert. Genau, und Chris O'Donnell ist so der Rocker mit der Lederjacke. Und bei anderen Jackett und Rollklagenpulli. Und George Clooney ist George Clooney. Vor allem, der sieht aus, als kennt man von einer Beerdigung. Ja, das sieht so aus. Ach Gott. Hier ist das Licht halbwegs gut. Allernden schwarz gekleidet, ja. Ach, wunderbar. Siehst du, die Niggis hat ja auch die Goldene Himbeere gewonnen. Ja, und zu einem bestimmten Aspekt muss ich sagen, ja, irgendwie verdient, weil sie ist schlecht in dem Film. Und vor allem auch, weil sie wirkt halt als eine von den meisten halt, erst mal, sie wirkt nicht wirklich, als hätte sie Bock. Und sie hat auch mit am wenigsten Ahnung, was von einem Film sie eigentlich ist. Und sie wurde nur gecastet wegen Clueless. Jetzt, dieser Shot, den gab es auch auf uns Trailer. Oh ja. Bei jeder Shot mit Chris O'Donnell und Alicia Silverstone im Ding ist er, das ist so 90s, das ist voll geil. Alfred ist nochmal um zehn Jahre gealtert zwischen den Fähnen. Ja, das Licht tut ihm keinen Gefallen. Obwohl ich den Schauspieler... Ein Statue, sie muss eingefroren werden. Sie mit ihrem Schottenbademantel. Hat sie seinen Bademantel an? Keine Ahnung. Ja. Ich meine, der sieht eher aus wie... Vor allem diese Verbindung, die da zu Alfred und Barbara geknüpft wird, äh? Oh ja, dieser völlig random Alfred ist totkrank Plot, ne? Ja, vor allem das... Und vor allem sie ist seine Tochter. Nee, sie ist seine Dichte. Sie ist komisch nach Gordons Tochterfetter. Diese McGregor-Krankheit ist komplett erfunden, glaube ich, ne? Ja, sie ist... Die basiert auf dem Namen des Produzenten, Peter McGregor-Scott. Ach. Wer war das denn gerade auf dem Bild? Die kam mir nur bekannt vor. Das ist ja die... Die... Frau seiner... Seines Bruders, oder? Die sieht aus wie Marlene Dietrich, oder so. Ist vielleicht tatsächlich irgendein alter Filmstar, oder was auch immer. Das ist auch etwas, was... Joel Schumacher gesagt hat, dass er da beschuldigt wurde, seine Schauspiel überzusexualisieren in seinen Filmen. Und der hat das irgendwie... Und dann hat er das verteidigt mit den Worten... Und dann hat er das verteidigt mit den Worten... Dafür sind sie ja auch da. Halt im Prinzip... Im Prinzip halt halt so von wegen... So von wegen halt... Leute wollen attraktive Leute in Filmen sehen. Ganz egal jetzt, welches Geschlecht. Also fuck you. Ey, warum hat sie einen Bademantel an? Sorry, das könnte auch von Uwe Boll sein. Ey, ich glaube nicht, dass hier Bad Girls Arsch so krass zu sehen ist, wie Catwomans in Dark Knight Reises hier. Also Vorsicht. Man sieht ihn auf jeden Fall aber einmal im Mindest. Anne Hathaway war ja auch sexy in Dark Knight Reises. Oder bei den Halle Berry-Filmen. Wie oft siehst du da Halle Berrys Arsch? Über den Film reden wir hier nicht. Das Nolan in Dark Knight Reises ist echt so ein Arschschot von Anne Hathaway. Wenn sie auf dem Bad Park sitzt, meinst du? Ja. War nicht. Ja, aber ich meine, wie willst du das auch sonst filmen irgendwie? Ich glaube, jetzt verschwindet sie für irgendwie 40 Minuten aus dem Film. Ich glaube, man sieht sie. Ist eine ganze Weile lang gar nicht mehr. Ja, sie lernt jetzt erst mal Motorrad fahren. Ich glaube, so viel ich auch weiß, wurde die so ein bisschen fast schon nachträglich reingequetscht. Wo sie dann sagen, wir wollen mehr weibliche Zuschauer haben. Ich glaube, die wurde da wirklich so im letzten Moment noch mit reingequetscht. Was ist das denn für eine bekloppte Statue? Ja, du merkst, dass dieser ganze Erfüll-Film da ... Warum muss sie eine Perücke ... Oh Gott, sie bewirbt sich jetzt für Charlie's Angels, oder was? Ach Gott, da kommt gleich die beste Szene, wo sie dann noch mal dieses Footage von den Zweien, wie sie da herumlaufen ... Oh ja, Bane ist auch richtig ... Warum sieht Bane aus, als würde er in einem Michael-Jackson-Video spielen? Ich will auch so ein Gebäude haben. Ich will in so einem Gebäude wohnen. Das hat schon was, ne? Diese Götter-Statue hält mein Haus. Das ist nix für Leute mit Höhenangst. Ich dachte jetzt echt, das ist dasselbe Set wie das Museum. Vor allem, das Set ist noch nicht fertig. Oh Gott, jetzt kommt gleich die Visitenkarte. Wärst du die noch mal? Nee, noch nicht die Visitenkarte. Nein? Oh ja, übrigens, diese Reporterin hier, die aussieht wie Rita Kimkorn. Ich hatte mich schon heute länger gefragt, wer ist das? Die hat diese übelst nervige Stimme und die tun so, als wäre sie ein echter Charakter. Tatsächlich ist das Bob Caines Frau. Ach, cool. Wow, eine 90er-Animation. Gossip Birdie heißt die Charakter. Gleich sieht man sie noch mal. Ja, die mit diesen weiß-blonden Haaren. Oh Gott, wie gezwungen Clooney wirkt. Bei moderner Computergrafik. Ja, da ist sie. Ja, tatsächlich Bob Caines Frau. Ja, und sie sieht aus wie Rita Kimkorn, also so wie ich sie mir irgendwie vorgestellt hatte. Ja, und die daneben sieht aus wie Young Umbridge. Das meine ich ja, die Young Umbridge da. Oder meinst du, weil sie die im Rosa ... Ja, 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 ja. Ach so. So stelle ich mir Umbridge als Pin-Up-Girl vor, so ein Junge. Also, sie ist auch ein Model. Was ein Wunder jetzt. Vor allem, sie ist auch ... Sie hat überhaupt keine Funktion in dem Film. Sie hat irgendwie zwei, drei Szenen mit Bruce Wayne. Und im Prinzip halt sagt sie dann so was wie, hey, when we will get married oder wie auch immer. Und dann nichts mehr. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das war so ein Stipulation von Produzenten oder von Clooney selber, wo er dann halt sagt, ich bin in diesem Film, aber ich will nicht einfach mit so einem Teenager-Typ in diesem großen Haus wohnen. Das war halt offensichtlich Case of a Not-Gays. Ja, aber es macht schon Sinn, dass sich Bruce Wayne natürlich für öffentliche Veranstaltungen so eine Modelfreundin dahinstellt. Das macht schon Sinn. Er ist halt Playboy. Eventuell. Ja, schon, aber halt auch, wie sie da dann Beziehungssachen später noch diskutieren und so. Das ist halt offensichtlich, dass sie dann sagt, wir müssen etablieren, er ist hetero, er ist hetero. Ja, wirklich. Aber wieso wirkt sie so ähnlich wie Michelle Pfeiffer, bevor sie ... Das ist dann einer, der raus sieht Trump. Wie Michelle, ja stimmt, sie sieht aus wie, sie wirkt ein bisschen wie ... Ja, sie ist ein ähnlicher Typ, was das angeht. Ja, Melania war gerade nicht frei. Und worum geht's da gar nicht in unserem Dialog? Aber was sagt sie zu Wayne, dass er sich ein bisschen mehr für Umweltschutz einsetzen soll, oder was? Ja, genau. Und wieder lehnt er sie ab, halt genauso wie er es mit allen Superschurken tut, und dann beißt er sie ihm in den Arsch. Inzwischen müsste er mal aus seinen Fehlern gelernt haben. Genau so, halt spätestens nach dem Riddler. Sie verkauft sich doch hier ... Er schafft viele seiner Bösewichte auch selber. Ja, genauso auch wie bei ... Und bei Spider-Männer schaffen sie sich von allein. Ja, ja. Das wär echt schön. Machen wir ein Remake machen, wo dann irgendwie Greta Thunberg herkommt und sagt, hey, müssen wir was machen. Und dann wird sie von den ganzen alten, reichen Leuten nur ausgelacht und so. Und wird dann zum Super-Villain. Boah, das ist Greta Thunberg als Ivy, das wär schon was. Und dann wär sie im Prinzip so wie in Game of Thrones, diese 10-Jährige, die da dieses ... Was ist das? Wow. Save the Rainforest Costume Ball. Boah, wie scheiße das aussieht, als würde die zum Kindergeburtstag. Ja, die seien da was gerade der Deckel. Gerade, dass nicht so irgendwas aufklappt oder so. Genau so, so Pop-Up. Aber für Creeps halt. Warum fühlt die immer Selbstgespräche mit dem Nichts? Das ist so peinlich. Ich befehle schon fast die Worte so ein bisschen. Juma, wir haben noch 30 Sekunden, laber einfach weiter. Ja, dann ist der Film, dann ist das Film-Reel zu Ende. Ich muss sie auch noch erwähnen. Ah, das ist auch so geil. Wieso haben die ... Ach nee, er schaut's an. Ich dachte, schauen sie auch in der Betthöhle gerade Hochzeitsvideos von Mr. Freeze an. Oh Gott. Das wär in einer Parodie, würdet ihr jetzt dieses Hochzeitsvideo angucken, dann verwandelt es sich in ein Porno-Video. Am geilsten wäre es jetzt noch, wenn er irgendwie so eine Träne rausdrückt und die direkt gefriert. Das passiert doch gleich, oder? Das passiert echt? Ja, ja. Warte, warte, warte ab. Alles, was du dir vorstellen kannst, passiert in diesem Film. Auf fünf Monitoren. Yes. Ja, das hab ich mir auch gerade vorgestellt. Ey, die Zeitung ist so mal mit eingefroren. Haben sie eigentlich diese komische Knarre aus Man in Black geklaut, oder was? Ja, es wirkt so, ne? Irgendwie dann das hier, Neutralisator, Zirp-Neutralisator. Das war im selben Jahr, oder? War das vielleicht so selben Produktionsdesigner? Der kam schon vorher raus, oder? Ich weiß gar nicht. Man in Black war so zwei Jahre vorher. Ja, okay. Ja, dann haben sie das glaubt. Nee, ich glaub 97. Wiederverwendet. Hä, kommt das hier noch nicht? Dann kommt das später mit der Trainer. Ja, kann gut sein. Ah, ich hab den, ich hab den Film zwar gesehen, aber schon verdrängt. Ganz sicher ist das noch passiert. Ah, ich bin mir auch recht. Praktisch. Wie praktisch, dass die Zeitung nicht zersplittert ist. Das ist ja auch etwas, was ... Aber schau, das da, wie gesagt, zu den Nolan-Filmen würde es nicht passen, aber ich find's halt echt da schön, dass Gotham halt immer aussieht wie aus einem Comic und nicht halt einfach ausschaut wie Chicago oder Detroit oder so. Das ist schon ein ganz schönes Film. Ja, ich verstehe es schon. Das ist eh eine krasseste Szene, ey. Was ist das denn? Diese Eisszene am Anfang war schon schlimm, aber das ist nochmal krasser. Ach, Mann. Sind wir jetzt irgendwie bei Wetttas in den 90ern gelandet, oder was? Diese Musik ist auch so ... Ich hab da eigentlich sogar noch was Schlimmeres gedacht bei dieser Stelle. Ey, waren ... Es muss einfach unendlich viele zu der Zeit irgendwelche Batman-Robin-Motto-Partys gegeben haben, die waren bestimmt alle großartig. Ey, da steht grad einer, der sah aus wie Wolfgang. M. Schmitz. Vor allem, der Typ hier, der Moderator, den wir hier sehen, der hat im Deutschen die Synchronstimme von Jim Carrey, was halt doppelt verwirrend ist. Ach du Scheiße. Ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Ich glaub, der Schauspieler, der da hinten in diesem Frack, der Ansager, der heißt Harry van Gwokum, der war auch in dem ersten Dragonheart-Sequel der Bösewicht. Stimmt. Das ist natürlich schon auch sehr verwirrend, dass irgendwie, das ist ja anscheinend so eine Wayne-Party ist, wo er groß eingeläht und selber nicht da ist, aber Batman ist da. Mit dem komischen hässlichen Kinn. Sehr, sehr auffällig, Mr. Wayne. Kann das niemand rausfinden? Und vor allem, was genau bieten sie? Bieten sie damit halt, ja, aber worauf, das fand ich schon, als ich jünger war, so eklig. Was wollen die dann mit den Frauen machen? Das ist eigentlich schon heftig, wie das inszeniert wird, gell? Da sind so ein paar reiche alte Männer, die auf irgendwelche asiatischen Girls bieten und so. Ja, das könntest du heute nicht so machen. Ich denke jetzt, ist das... Auch gerade offensichtlich herrscht. Ich hab vor ein paar Tagen erst wieder Taken gesehen. Ich will nur sagen. Oh nein. Ey, vor allem, warum sollte Batman so eine Artie geben? Ich hab da auch erst gedacht, scheiße, haben die Gorilla-Grodd auf den Strich geschickt oder was passiert da, als die so tanzt? Man könnte jetzt fast sagen, oh, das könnte vielleicht eine clevere Anspielung sein, aber Nihon-Nimmer war das eine. Oh Gott, dieses Licht, Alter. Und vor allem... Wen wollen sie damit ansprechen, Sodomiten? Furries. Furries. Boah, die Violent-Arts-Seiten würden explodieren, wenn der Film heute rauskäme, ey. Vor allem könntest du diese Beat-Szene nicht mehr drehen heutzutage. Nee. Was für eine Beat-Szene? Warum muss sie überhaupt diese Hypno-Strahlen da aussenden? Die stehen doch eh alle auf sie. Was ich echt hasse, äh, heutzutage ist es ja so, dass du halt siehst, wie die, wie die Bösewichte erst mal entstehen und hier ist es so, von einer auf die andere Minute haben die ihre Megakräfte und ihr Aussehen. Ja, die muss halt mit dem Wurmen experimentieren. Vor allem diese komischen Augenbrauen, ich find schon diese auf die Sowjeten irgendwie... Alter, ich hab den Film echt verdrängt, ohne Scheiß. Du verdrinkst so einen tollen Tanz. Oh Gott. Dass die sich aus dem Ding schält, das wusste ich nicht mehr. Wie gesagt, Gorilla Grotte auf den Strich erst mal. Ich meine auch im ersten Burton Batman, da wurde Batman größtenteils so gefilmt, dass er von hinten beleuchtet wird, dass meistens sein Gesicht so im Schatten ist. Und da fällt das nicht so auf mit dem Augen-Make-up, aber hier stehen die halt so volle Kanne im Licht. Jetzt sind wir plötzlich in einem Tatsamuse-Video gelandet. Moula Rouge. Oh ja, ja. Ja stimmt, das könnte auch Nicole Kidman sein, aber die war ja schon ein Vorgänger. Für Moula Rouge ist es nicht epileptisch genug geschnitten. Alter, wie schlecht die Kamera teilweise ist. Das ist unglaublich. Wer hat die Kamera gehabt? Oh Gott, war das nicht Steven Goldblatt? Nee, das ist Schnitt. Ich guck mal eben nach. Nee, Marc, wenn dann, äh, ich, ja bitte, guck mal nach. Ja. Geile Mucke, ey. Alter. Andi feiert den Film so hart. Das ist ja wie, das ist ja wie aus Taxi-Treiber, die Musik hier gerade. Ja, das hat immer die Vergewaltigung. Ja, das ist wirklich Steven Goldblatt. Irgendwie alles mit Gold in diesem Film. Golden Tal. Nur der Film ist nicht golden. Wäre das eigentlich geschnitten? Dieser Film ist so verschissen lang. Halt wie auch immer die geschnitten. Oh, ah, das ist der beste Spruch. Zwei Karte. Die haben wir miteinander geredet. My garden needs standing. Ey, Alter, das ist super. Ey, ist das Nicolas Cage? Nee, dachte ich erst. Nee, das meine ich ja, der Typ. Der hat die Stimme von Jim Carrey, aber die sieht ein bisschen aus wie Nicolas Cage. Gott, die sieht aus, als hätte eine Pflanze die komische Priesterin aus Game of Thrones vergewaltigt. Und jetzt bieten sie auf sie. Ja, aber eben, was ist das für eine Party? Ist das eigentlich eine große... Vor allem so alles alte Säcke, da steht, ey, da steht... Das soll halt alles gespendet werden. Aber ich frage mich halt, was machen sie dann mit den Frauen? Das würde man nicht wissen. Ach, da werden Frauen für einen guten Zweck versteigert. Irgendwo ist Donald Trump, ganz sicher. Oder Harvey Weinstein. Yes. Oh ja, beide, beide. Beide. Jetzt hier, Bad Credit Card. Och, jetzt kommt Bad Credit Card. Oh, Goth, Goth Card stand da drauf. Und anstatt von dem Ablaufdatum stand da Forever. Ja. Ey, sie hat sich immer in die Achsen rasiert. Oh, weia, jetzt kommt... Oh, ich muss sagen, dieses Ding ist irgendwie... Das sieht zwar irgendwie billig aus, aber es könnte geil sein, ne? Darin könnte aber genauso gut auch der Schurke in Waterworld fahren. Ja, oder Mantar in Spongebob. Oder halt etwas aus Mad Max, so sieht das auch aus. Stimmt, das hat was von Mad Max, die Eis-Version. Mad Max vom Kindergeburtstag, ja. Stell dir mal vor, in dem Sequel von Fury Road geht's dann ins Eis und dann hast du plötzlich dieses Profi. Wie oft wird dem eigentlich das Ding aus der Hand geschossen, ein Schuss und bumm. Oh ja. Wie schlecht. Wie diese blöde Kampfszene. Habt ihr gesehen, wie die Kamera gerade von schräg auf... Sowas wurde ja auch in Aquaman gemacht. Ab und zu. Ja, aber das sah geil aus. Das sah geil aus. Jetzt kommen diese Comic-Sound-Effects, also schon bei dieser Kreditkarte, wo er dieses Teil geschmissen hat, dieses... Ja, ja, es ist halt wie in so einem... Aber das ist so komisch, weil auch... Das ist Adam West da in den... Das ist halt wie bei so einer... Oh Gott, jetzt der Lawinen, der Lianenschwinger hier. Hä? Freeze on a Lianne vor allem, wie ist er jetzt damit geflogen? Die haben sich 100 pro, also das wurde wahrscheinlich noch dagegen gestimmt, also die waren, glaub ich, kurz davor, diese Paus und Chunks und Dings, Sound-Effekte einzublenden, wie in der Serie. Ja. Das hat mir gefehlt eigentlich. Ich mochte, dass wir ihr jetzt so Fake-Namen gegeben hat, so What are you, Vine Girl. Das ist halbwegs lustig. Und jetzt auch, wie er so sagt, das... Das wirkt bei mir nicht. Oh Gott. Das find ich halbwegs okay. Alter, wenn Schwarzenegger Englisch spricht, das geht einfach nicht, ey. Das ist ja... Der allererste Film Herkules in New York, da musste er ja übersynchronisiert werden, weil die Produzenten sich so totgelacht haben beim Test-Screening über seine Original-Tipps. Ja, und vor allem, der konnte ja auch nicht mal Englisch. Der kam direkt vom Stift und konnte kein Wort Englisch. Und sie haben ihm so gesagt, sag das jetzt. Deshalb hat er auch nur so... Das harte ist ja, Olli Pocher und Peter Rütten wollen Herkules in New York ewig für Schläferts, aber Arnie hält es streng dagegen. Mich wundert's nicht. Olli Kalkofe, nicht Olli Pocher. Olli Kalkofe, hab ich den jetzt mit dem Pocher... Olli Pocher. Du hast grad Pocher gesagt. Ja, es ist... Scheiße. Es kommt einfach mal so eine Trash-Sendung mit dem Wendler und Olli Pocher bestimmt. Egal. Ich glaube, jetzt ist egal. Hier kann ich auch noch mal kurz erwähnen. Eine Bekannte von mir, mit der ich gearbeitet hab, sie war Set-Aufnahme-Praktikantin bei Notruf Hafenkante. Ich hab sie letztes Jahr kennengelernt. Und sie ist auch sehr, sehr groß im Filmwissen. Und hat mir unter anderem erzählt, eine der Regieanweisungen, die Joe Schumacher gegeben hatte, das ihr müsst euch vorstellen, der steht da oben auf diesem Dinosaurier-Ding. Und er schreit durch den Megafon, Your parents are dead. You have nothing to live for. And action. Das hat aber nicht gezogen, hab ich das Gefühl. Also bei George Clooney zumindest nicht. Oh nein, Monkey-Business. Ja, also Katja, vielen Dank für diese coole Information. Oh, dieser Shot hier, den mag ich. Ja, diese Statuen da in Gotham, das schaut schon gut aus einfach. Obwohl die halt so ein bisschen ... Also da merkt man halt schon, wie Joe Schumacher gepolt war, sag ich mal. Und auch wie cool ... Es ist auch Cool World. Das sieht ja halt aus wie etwas aus Cool World, als irgendwie eine echte Stadt. Das waren auch so Shots jetzt wie aus Mad Max gerade eigentlich, ne? Gleich holt einer seine Eisspray raus. What a lovely day! Warum fliegen die Autos jetzt rückwärts? Sind wir in Tenet? Perfekt. Oh. Und jetzt vor allem jetzt bremst er sein Motorrad, weil er den Sprung nicht macht. Und dafür könnte er jetzt über die Kante fallen. Wir killen ihn eigentlich mehr oder weniger. Ich finde, das ist auch super Symbolismus. Super Symbolismus jetzt hier, dass er über den Mittelfinger fährt. Das wirkt hier wie aus so einem Videospiel. Eindeutig. Fährt über den Mittelfinger. Das ist ein Quick-Time-Event, dass du da die Kante erwischst. Genau, genau. Jetzt Redbird, was? Disengaged. Alter. Boah, Lasse, wie oft hast du den Film eigentlich gesehen? Ich hab's nur gelesen gerade. Hm? Ich hab's nur einfach gerade gelesen. Ja, trotzdem. Oh, das ist auch ein schöner Obnam-Mobil, wo der in die Kamera schreit. Fuck you, Batman! Dieser Shot war jetzt auch so König der Löwen-Gedächtnis-Style. No! Oh, das ist jetzt eine der besten Sachen. Halt, wo ich mir denke, was zur Hölle hat er mit ihm gemacht? Aber warte, erst friert er das Bettmobil ein, oder? Ja. Oh, Alter, dieser Eiswitze, ey. Aber jetzt dieser, dieser ... Moment, gleich kommt's. Wenn sie einfach den Kampf überspringen. Das ist geil, ja, stimmt. Wie er da liegt. Wupp. Das könnte ein cooler Faustkampf sein oder so was, aber stattdessen machen sie diesen dummen Enthüllungs ... Vor allem, das blickt jetzt bei Clooney, als wäre das eben wie so ein Anprobeshot gewesen. Einfach mal den Kampf überspringen, ey. Antiklimaktisch ohne Ende. Ja, in der Tat. Naja, aber Faustkämpfe haben wir schon viele gesehen. Wie lange geht das? Ja, aber gegen den Hauptbösen. Alter, die Lulis, die verprügelt werden. Wollt ihr mich verarschen, die Hälfte ist rum? Ja. Das Ding hat keine Handlung. Bei der Gelegenheit muss ich mal über Robins Schauspiel reden. Weil die ganze Zeit der einzige Mode, den Robin hat, das hat Kevin Smith mal so geil gesagt. Ich hab das mal irgendwo gehört, wo das Kevin Smith gesagt hat. Alles, was im Prinzip Robins Stimmung ist, die ganze Zeit im Prinzip, I'm so mad, I suck your dick, wet time! Das ist halt im Prinzip so der Mut, den er hat, konstant. Was, I suck your dick, ey? Ja, irgendwie halt, der regt sich immer so auf, der streitet immer so mit Batman, als würde er so schreien, I'm so mad, I suck your dick, wet time! Er ist so ein bisschen grandiger Teenager halt, das passt schon eigentlich. Die ganze Zeit, It's Batman and Robin, not Robin and Batman! Okay, ja. Was hat er jetzt mit der CD gemacht? Das ist keine, ja, es ist eine prähistorische DVD, noch Double Layer. Der brennt sich halt ein paar DVDs, der CD ist jetzt gerade. Genau. Aus dem Bettcomputer in HD. Wie, hat Clooney eigentlich auch mal was anderes als Trauerflor an in diesem Film? Der hat vor allem immer diesen Rollkragenpulli an, meine ich. Das hatten die Waynes in dieser, ach nee, der hat was anderes an. Ich glaub, der hat eine Badematte. Der war auch wieder nur schwarz. Weißt du was, ich würde es an diesem Film nicht, also ich würde es an diesem Film durchaus so sagen, wenn auf dem Handtuch so ein Batman-Logo wäre. Stimmt. Das ist ja geil. Woher wissen sie, dass ich Batman bin? Das ist das Bad Handtuch. Der Bathing-Batman-Logo. Halt, wenn er quasi alles in der Betthöhle selber hat. Das ist halt auch so, was Lego-Batman machen würde. Wenn er alles in der Betthöhle selber auch das Logo hätte. Er ist Hardcore-Douglas-Adams-Fan und da ist Handtuchtag. Bestimmt. How old, how old day. Boah, Alter. You wanna get good at home? Alfred hat echt solche Gesichtsgräben wie Gandalf, ey. Und auch solche Augenbrauen, so Theo Weigel-Style. Oh, wie er schief, total schief. Alter, wie hässlich das aussieht. Irgendwie Cloney kann in diesem Film auch nicht traurig gucken, wirklich. Es ist immer so dieses leichte Schmunzeln. Hier haben wir noch mal diese kurzen Szenen gebraucht, dass sie zusammen am Grab stehen. Oh Gott, das ist eine Bindung. Ey, Michael Goch ... Oh, jetzt ist sie jetzt wieder da. Guck mal, wie lange es gedauert hat, bis wir ins Bett ... Irgendwie stelle ich mir Michael Goch gerade als Gandalf vor. Wäre wahrscheinlich ... Das wäre einer ... Und da ist ja der Schleswig-Sylverstone zurück. Nach wie vielen Minuten? Ja, genau. Also sie war jetzt für eine ganze Weile offscreen. Ey, die hat halt den Gossemein draufgemacht. Das passt schon. Ja, die hat erst mal Motorradfahren gelernt. Sie hat irgendeinen Todeswunsch oder so was. Warum hat sie jetzt so Dreck an der Schnute? Na, weil sie halt Fahrtwind und Zeug ... Ich hab's jetzt noch mal ... Hink ich eigentlich hinterher oder wo seid ihr gerade? Ich glaube nicht wirklich. Ein bisschen, ein paar Sekunden. Äh, fünf, vier, zwei, eins. Jetzt kommt Arkham Asylum. Ja, Arkham ... Oh ja, stimmt. Wo es noch im Forever war. Das schaut halt noch imposant aus. Warum gibt's da grüne Blitze? Das ist eine gute Frage. Grüne Blitze. Das ist vielleicht noch übrig von der ... Das ist vielleicht noch übrig von der Riddler-Erfindung aus dem Vorgänger. Und übrigens, wir haben hier eine kleine Predator-Reunion. In einer dieser Wächter, die den Eiskäfig ziehen, ist Jesse Ventura. Alter, diese Blitze. Das kann ich mir nicht geben. Geil, dass sie ihn im Kühlschrank anliefern. Das ist auch so perfekt. Ich meine, wie sonst. Der stirbt halt ohne Kälte. Der eine ist Ralf Möller und der andere ist Jesse Ventura. Der sind gerade auch die Dracks. Ralf Möller? Ja, der eine ist Ralf Möller. Der ist das Ernst auf dem Kühlschrank. Habt ihr den Arsch auf? Ey, das musst du erst mal machen. Also komm, das ist die beste Idee eigentlich. Frostface. Hier, Ralf Möller und Jesse Ventura haben wir hier. Also, und deshalb wegen Jesse Ventura ist es so Predator-Reunion. Er merkt, Anni hat Spaß. Und später kommt noch der Predator. Anni hat Spaß. Groß ist eigentlich Aron Schwarzenegger. Der sah jetzt gerade so klein aus. Die anderen zwei waren irgendwie größer als er. Ich dachte, der wäre auch ganz groß. Das liegt auch daran, dass sein Dress hier so groß, so viel zu groß aussieht. Ach so. Ich glaube, Ralf Möller ist auch ein großer Dude. Ja, aber Anni ist da auch nicht gerade klein. Ey, überlegt mal, mit Greta Thunberg wäre echt geil. Weil Anni ist mit Greta Thunberg befreundet. Das passt perfekt. Komplett, ja. Hat wirklich wieder hier so jetzt auf dem Boden rumgekrochen. Das ist wirklich so, putting on for it. Super, super. Warum ist das Ding eigentlich nicht an ihm festgefroren? Und vor allem, wer hat das jetzt entworfen, dass da dieser kühle Strahl da runterkommt aufs Bett? Boah, ich kann es nicht fassen, Leute. Wir sind fast auf der Hälfte. Yeah. Und ich... Es ist einfach nur Sachen passieren. Geht es jetzt... Das ist jetzt auch ein ziemlich unglücklicher Schnitt. Das war jetzt auch echt ein unglücklicher Schnitt, weil man denkt jetzt, die wäre auch im Arkham Asylum, weil das jetzt gerade genauso aussah wie die Gänge. Ja, es war schlecht. Aber es ist wahrscheinlich auch dasselbe Set. Boah, sie trägt jetzt ihre Gardiner als... Das ist wie ein Ninja Turtle mit diesem Trenchcoat. Ja, das stimmt. Die Ninja Turtles sind das Geis. Boah, die sind auch wirklich Spaß. Hier ist noch ein Callback zu Forever, weil da ist auch diese Neon-Gang. Ah, die Neon-Gang ist schon ziemlich Neon. Ja, die werden in einem Musikvideo-Wendi geil, glaube ich. Das könnte eine der Gangs aus The Warriors sein. Das ist schon ein geiles Design. Also, es hat schon ein bisschen was, wenn du dann kleine Regisseuren setzt, so Mad Max-mäßig irgendwie alles. Das passt schon eigentlich. Sind die gerade am Tag der Toten? Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen, Blumen-Group trifft auf Coco. Ja, als Kostüm-Designer an dem Set, da hast du bestimmt Spaß. Oh, sie hat natürlich so einen billigen Schalter für Bane. Jetzt ein Akkuschalter. Stimmt, die sehen wirklich aus wie aus Mad Max, so ein bisschen. Ja, ja, genau. Das könnte was aus Mad Max sein, das könnte was aus Verorias sein. Das könnte sogar was haben, aber der Film hat die ganze Zeit diesen Studio-TV-Look. Die ganze Zeit. Sieht aus dem TV-Film. Ja, heutzutage gesehen. Wirklich, damals hätte man sich noch nicht träumen lassen, dass TV-Sie immer besser aussehen würden als das hier. Ja, The Mandalorian hit my ass, ey. Ja, ich meine, nicht nur Mandalorian, ich meine halt auch so etwas wie Game of Thrones natürlich. Ja, klar, klar. Ich meine, selbst Gotham. Ja, stimmt, selbst Gotham. Ja, Watchmen ist HBO, aber selbst Gotham sieht besser aus. Vor allem dieses Licht, jede Szene ist mit der gleichen Lichtsetzung und denselben bescheuerten Spots gedreht, hast du das Gefühl. Ja, es sieht aus, als würde man einen 3D-Film gucken. Ohne 3D. Ohne das 3D, ja. Endes diese Fake, wenn es nur so rot und blau ist oder was auch immer. Einige sieht aber auch verdammt nach Pappmaché aus. Und jetzt Mary Poppins. Also ein bisschen zu fest aufgetreten und die Kulisse ist kaputt. Ey, die Effekte sind gar nicht mal so scheiße aus teilweise. Das sieht jetzt fast aus wie ein Mary Poppins irgendwie. Das passt irgendwie gut in den Film. Also CGI da noch, das stört eh nicht mehr, weil alles andere hässlich ist. Passt schon. Du stehst auf das Ding. Ich mochte auch den Nagellack von dir. Offensichtlich. Ja, den Nagellack. Wir haben diesen Cast auch unter anderem einmal verschoben, weil Andi da erst noch einen anderen Cast zu Batman & Robin gemacht hat und da hatte er dann erst mal keinen Bock. Was? So oft haben wir das verschoben, dass er jetzt doch wieder Bock hat. Weiß ich nicht mehr. Andi hat eh nichts anderes zu tun, als Batman & Robin zu gucken. Okay, das ... Oh ja, jetzt haben wir hier unsere weitere Case of a Not Gaze Szene. Wer ist das? Also muss ich aber zuhören. Die Szene habe ich nicht mehr im Kopf. Vorsicht. Das ist seine Freundin, wie auch immer. Ich glaube, das ist die letzte Szene mit dir. Also, glaub ich. Die sieht aus wie Jennifer Garner. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Das war vor der Dippel, oder? Nein, das ist nicht Jennifer Garner. Sie sieht aus wie Jennifer Garner. Nein. Ihre Ohren sind zu klein. Das kennt man schon auch, aber ich will jetzt nicht die Besetzungsliste anmachen, weil sonst hält sie da an. Alter, die hat eine Stirn wie ein Fußballfeld, ey. Also bitte. Doch die arme Frau. Man hört auch ... Ich glaube, sie ist auch halt ADR. Ich glaube mit ihrer eigenen Stimme, aber das ist auch ziemlich schlecht. Huch, wo sie jetzt ... Ach so, Fantasie. Obwohl man muss sagen, diese übertriebenen grünen Wimpern, das ist halt so hilarious. Ja, an irgendwas erinnert mich das auch. Wo habe ich das, wo es ähnlich ist, schon mal gesehen? Theoretisch könnte man dasselbe drapieren mit Eiszapfen. Mit Eiszapfen? Oh, oh, du meinst ... Bei Vivica Elfox. Ach so, ich dachte, du dachtest jetzt an die Königin von Narnia. Ja, stimmt. Davon hat das was von Tilda Swin. Tilda Swin. Genau. Da sah auch das Eis besser aus als hier. Ja, stimmt. Obwohl der ... Narnia. Wow, geil. Das sieht tatsächlich aus wie ein echtes ... Ja, genau, genau. Reinsum, Reinsum. Ja, deshalb wirkt das so cinematisch. Oh Gott, und jetzt wird er ... Was macht er jetzt? Holt er sich jetzt einen runter auf das Foto? Jetzt haut sie wieder ab. Oh Gott, diese ganze Sequenz, die jetzt kommt, die wurde auch irgendwie so komplett so nachträglich reingeschaufelt. Einfach, damit wir was haben mit Batgirl. Oh, jetzt kommt ja gleich Coolio, oder? Geil. Ja, Coolio. Oh Gott, diese Musik, diese Musik. Ja, geil. Da schon wieder geiles Setting für die Party. Warum brennt da eine grüne Mülltonne? Oder eine Mülltonne? Die ganzen Gangs, schau mal, das ist die Clockwork Orange Gangs. Die Amadeus-Gang. Oh nein. Das ist ja super. Wie ein Host bei Westworld, noch in der Urform, das da hinkommt. Warum ist das die Clockwork Orange Gang? Warte, gleich übrigens gibt's noch ein anderes interessantes ... Ey, die sagen gerade echt aus, wie das Clockwork Orange ... Ist da gerade eine Horde von Alex the Large Typen? Ja, vorhin war da die Clockwork Orange Gang. Ja? Ist das meine ich, das ist Alex the Large? Ja, ja, vorhin war da die Gang, ja. Der Typ gleich, ähm ... Ich glaube, das ist der Typ hier, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das Snoop Dogg? Das ist Coolio, Mann. Nee, das war Coolio. Snoop Dogg war ein Spongebob. Moment, ich muss gleich mal schauen. Ich glaube, dieser Typ hier ist das, der gerade mit ihr geredet hat. Ähm, ich muss gucken, welchen Helm der trägt. Ich glaube, der hat diesen Mohawk-Helm. So Struvel-Peter-Ultras gerade, ey. Oh ja, der Typ hier. Dieser Typ hier, der vorhin mit ihr geredet hat, jetzt hier diesen Helm trägt. Äh, Leute, Leute, das ist jetzt wirklich wichtig. Das wird halt euer Mind blown. Der Typ, der vorhin halt mit ihr geredet hat und jetzt diesen Mohawk-Helm trägt mit dieser Mähne, der Typ ist auch in The Dark Knight. Ey, was? Was hat sie auf dem Helm? Ja? Ja, er ist der Typ, der neben Commissioner Gordon sitzt im Gefangenentransport. Aha. Aha. Das ist derselbe Schauspieler. Der Typ, der die ganze Zeit jetzt sagt, oh shit, oh shit, oh no, oh no. Oh fuck, oh fuck. Weiß ich gar nicht mehr. In welchen? Ja. In The Dark Knight, wenn er halt der Typ, der den Gefangenentransport fährt, dann halt so sagt, oh ja, hier kann man da die. Oh ja, was von den Riddler-Rätseln. Ja, dieser Typ hier vorne mit dem. Also der ist auch in The Dark Knight. Das fand ich halt sehr interessant. Ich bin mir, und ich dachte mir, ist das beabsichtigt gewesen von Nolan, als so ein kleiner Nod? Ey, wir haben ja einen aus Batman's, Batman & Robin? Eher nicht. Das hat bestimmt Christopher Nolan ins Telefonbuch aufgeschlagen und gesagt, ich brauche diesen Typen. Ich frage mich halt wirklich von... Ihr wisst aber auch, dass Christopher Nolan erst mal Christian Bale so einen Nippelsuit gezeigt hat, um ihn dann auch verstärkt zu fühlen. Die trugen, ich glaube, die trugen den entweder den Val Kilmer oder den George Clooney-Batman anzufallen und vorsprechen. Warum hat dieser Film so einen harten Mad Max-Vibe? Ja, wegen den Kostümen. Und ich meine, es ist super. Vor allem, was... Halt das hier halt. Was hat sie für einen komischen Engel auf dem Helm? Damit man sieht, sie ist eine Frau. Sie hat vor allem das Alter, dass wir halt... Chris O'Donnell kann sich... Scooby-Dude, da war Shaggy. Chris O'Donnell kann sich nicht daran erinnern, irgendwas davon gedreht zu haben. Es war alles Stunt-Double auch. Ich dachte, der wäre die ganze Zeit nicht gewesen. Ich dachte erst, da kommt jetzt irgendwie der Wagen aus Spielbergs Duell an. Waren die nicht die meiste Zeit auch übelst besoffen am Set? Nee, das war hier noch nicht. Boah, diese Musik ist ja unendlich. Ach ja. Hier würdest du mich aber auch nicht mehr wundern. Oh ja. Aber Don't Drink and Drive. Irgendjemand war besoffen, hat definitiv in der Postproduktion, wo sie gesagt haben, wie wär's, wenn wir das runterschneiden? Ey, gleich kommt die Mortal-Show, ich schwör's euch. Video-Kar. Mortal-Kombat. Genau, Mortal-Kombat. Nee, zu dem an ist jetzt dieses... Ja. Das hat aber auch noch Mad-Max-Vibes. Das ist so Mortal-Kombat-Trifft auf Mad-Max-Vibes. Ja, wo diese Leute darüber geschwungen sind mit den Molotov-Cocktails. Nee, gleich guckt Badgirls halt so nach nebenan und da laufen halt aus Monster-Uni, machen die da dieses Gift-Quallen-Rennen. Oh, hier, hier haben wir den schlimmsten Effekt-Shot des Films. Achtung, gleich kommt er. Wenn sie jetzt hier runterhängt und das Mad-Penning-Greenscreen-Review immer hinter ihr, bewegt sich vollkommen unabhängig von ihr. Das ist der schlimmste Effekt-Shot. Moment, gleich, haben wir's? Ah, ja. Ja, da haben wir's. Ja, muss ich mal kurz rausmachen. Yeah. Und sie sieht genug genervt aus. Sie sieht genervt aus, dass er sie gerettet hat. Und auch noch der schlimmste Effekt-Shot des Films, ja. Ja, das heißt schon mal, alle anderen sind sehr großartig natürlich. Auf jeden Fall sind die alle besser im Vergleich zu was auch immer das war. Ja, obwohl die Kamerafahrt durch diese Tür jetzt ist eigentlich so ... Also durch dieses Tor war eigentlich sogar ganz cool. Es hatte zumindest was halbwegs Cinematisches. Ja, es schrückte, es sah aus. Ich hab ja noch, bevor die Szene kam, gerade noch gesagt, die Szene ist völlig von Arsch. Ich revidiere das, die Szene war großartig. Dieses Mad-Max-artige Neon-Super-Rennen, das war ja der Hammer. Geil. In jedem anderen Film wäre das geil, aber hier ... Vorhin sah es aus wie ein Film tatsächlich. Alles drin, ja. Bei dieser Kamerafahrt. Ich erschrecke immer ein bisschen Lasse, wenn du was sagst, weil dann kommt dein komisches Katz-Profilbild hier unten hochgeploppt. Entschuldigung. Off-topic. Das ist dann jedes Mal noch ein Schock zusätzlich zu dem Film. Ich hab das irgendwie jetzt erst gerade entdeckt, so richtig, weil ich von dem Film so gefesselt bin eigentlich. Andi liebt es ganz gut zu dem Film irgendwie. Gefesselt vom Fetisch. Der Lasse-Schock, ja. Sieht aus, als hätte sie dann so eine Drei-Tage-Bart. Oh Gott. Ja, als hätte sie sich den so ein bisschen ins Gesicht gemalt, so wie im zweiten Lego-Film. Hast du mir Bartstoppeln gemalt? Oder wie Pocher, wenn er den Wendler imitiert hat. Genau. Ach so, ich dachte, das wäre Apple. Oh ja, 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 stimmt. Ist auch geil, dass sie halt echt die gleiche Frisur haben. Also sie könnten irgendwie auch großer, kleiner Bruder sein in dem Film. Das passt. Die sehen sich so ähnlich. Das ist halt auch so ein bisschen ... Weird. Nicht Vater und Sohn sein, ja. Oder Sohn. Ja, dabei ist Super Mario Bros. aus der andere Film. Ja. Mario, Mario und Luigi, Mario. Batman, Batman, Batman und Robin, Batman. Bei denen hast du nie gedacht, dass das Brüder sind bei Mario und Luigi. Nee. Oh Gott, das ist so albern. Jetzt schnitz ich hier mit meiner Frau. Hört gerne. Nee, das ist voll romantisch. Hallo. Bitte. Oh, das hier ist übrigens, das ist auch im Cartoon, mit dieser Spieluhr. Das haben sie aus dem Cartoon übernommen. Voll schön. Oh, der Schott, der hat sogar was. Jetzt kommt das mit der Träne, glaube ich. Das ist die Szene, wo beim Honest Trader kommt Kindergarten-Eispop. Wo sie so alle Wortspiele durchspulen bei ihm. Ziemlich sicher, dass das jetzt mit der Träne kommt, was du vorhin schon vorausgesagt hast, Dominik. Das ist total schön, die Szene. Ich mag's auch, wie kreativ er ist, dass er aus der Uhr diese Drehuhr baut. Sehr schön. Ja. Ja, komm. Das ist nur der Freezer-Stat. Doch nicht. Jetzt muss die Träne kommen. Hallo, die haben mich reingelassen. Immer das Saxophon, ey. Immer das Saxophon. Warum sieht die aus, als hätte sie Katzenohren? Wer engagiert eigentlich den Einäugigen als Security? Hat so Harmwürbse. Das ist Ralf Müller, ne? Ja, das ist Ralf Müller. Wow. Und der andere ist Jesse Ventura, der auch in Predator war mit Schwarzmenkern. Kein Wunder, warum der sich eher mit Gladiator brüstet und nie mit diesem Film. Oh ja. Ach, übrigens, ich kenne Russell Crowe. Stimmt. Hier hat er ja auch eine kleine Rolle. Der hat hier auch nur zwei Szenen. Aber immerhin, ich meine, du darfst als Schauspieler Juma Furman küssen, das ist auch ziemlich cool. Aber nur so kurz. Und jetzt hat sie plötzlich ... Ah, schön, schön Isaacs hier. Oh ja, Riddler und das andere Kostüm. Stimmt. Oh Gott. Und der sitzt, als würde der gerade am Klo sitzen. Ey, warum ist der so klein? Ja, er wirkt halt so, 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 so bulkig, so wie die Sturmtruppler oft. Hulk-Smash. Warum sind ihre Augenbrauen jetzt so Herbstfarben? Warum trägt sie nichts drunter? Tut sie nicht? Nee. Da wird sich was anderes abzeichnen, Lössel. Oh. Die hat eckige Möpse. Vor allem so, ohne Scheiß, wenn es einen Schatten von ihr gäbe, könnte man denken, es ist Catwoman. Und das ist jetzt Toys Club, wie er mit den Einkaufswagen da durchstürmt. Und warum hat sie jetzt ihre komischen Augenlider in Rot? His name is Bane. Wieso sehen die Augenlider jetzt aus wie so vertrocknete Borken? Das habe ich auch vorhin gefragt. Warum ist das jetzt Herbstfarben? Dies im Herbstmodus. Ja, eben, das ist halt ihr Herbst jetzt. Ja, stimmt. Okay, sie ist ja um die Ecken verwandt mit Swampfing und bei dem spiegelt sich auch die Jahreszeit wieder. Wahrscheinlich bei ihr in den Augenbrauen. Welche Jahreszeit ist jetzt überhaupt den Koffer? Sie hat einen komischen Kitzegürtel aus Spongebob hat sie um. Das sieht aus, als ob es die Sehsterne auf den Brüsten, also unter dem Anzug. Ja, zusammen mit Mantarochern. Was? Meio, Frau Mann und Blaubarsch, Bube. Ja, ist für Batman verarscht, passt doch. Ja, natürlich. Oh Gott. Wie so ein aufziehbares Spielzeug immer. Ja. Was ist das denn jetzt? Jetzt friert er. Oh, jetzt friert er. Oh, der Effekt ist ja gar nicht billig. Oh Gott. Das sieht aus wie in so einem 2D-Computerspiel. Ja. Ach, du Scheiße. Du mal so, dass ich so ausrufe. Haben sie das nicht bei Warcraft übernommen? Und die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Was? Warum? Der, was ja irgendwie gebaut hat, will die sich mit ihm paaren? Oh Gott, wie viel da unterspringt. Das sah so billig aus. Der Bein hat auch hinterher. Ja, Schumacher hat einen seltsamen Fetisch in diesem Film, auch mit so Seilarbeit und Runterfallen von irgendwo. Ja, und dann diesen Festhaken irgendwo. Oh, das ist echt schon ein Fetisch. Was soll dieses völlig random Porträt im Hintergrund? Von drei Weißen aus dem Morgen? Okay, ich hink grad ein bisschen hinterher, aber ja. 1, 12, 30 bin ich. Hä? 1, 12, 20, ja. Alter, was es hier für Szenenwechsel gibt, ey. Obwohl, jetzt kommt wieder eine der schönen Szenen mit Bruce und Alfred, die sind immer schön. Ich mag die beiden zusammen. Die haben zumindest eine Chemie, auch wenn die Rückblenden so nicht sein sind. Aber im Hintergrund auch wieder so. Der Kamin wird auch von so Lustknabenbüsten gehalten. Die sehen aus wie aus einer Panone, ja. Die haben da echt einen Fetisch für Statuen mit Oberkörper. Ja, mit Nippeln allgemein. Das hat er auch in Phantom der Oper. Ja, man merkt, der war doch, glaub ich, schwul, oder? Ja, klar, ja, eben. Ja, das merkt man, ja. Das war halt eben dann noch sein Ding, so den männlichen Körper zu feiern und diese Filme mit dafür zu nutzen. Aber halt zu einem Punkt, wo es halt so lächerlich wirkt. Oh Gott, dieses Set. Wer hat das gefilmt? Wer zum Fuck hat das gefilmt? Ey, ist das, ist das, ist das, ist das. Und wie creepy sieht dieses Schleimann-Gesicht aus? Das ist das beste Foto überhaupt. Fotoshop, Fotoshop. Ey, Bane sieht irgendwie aus wie eine schlechte Variante von, von, wie heißt der nochmal, aus Watchmen. Rorschach. Rorschach, ja. Mit dem Hut und dem Mantel. Du hast absolut recht. Stimmt, auch noch mit dem Hut. Ja. Sie ist definitiv. Mit dem Trenchcoat, ja, ja. Ey. Ja, er kann alles außer sein Genick drehen. Ja, hier ist es auch noch. Das hat ja Nolan sogar auf die Schippe genommen, oder? Ja, eben, die haben das nicht gefixt bis zum zweiten Nolan-Film und dann sogar einen Witz im Film selber darüber gemacht. Ja, das rückwärts einfach. Und ich weiß nicht, hatten die vielleicht eine, ähm, hatten die vielleicht irgendwie Angst, dass sie sich zu weit von diesem Look entfernen? Aber ich meine, du siehst bei, 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 bei The Dark Knight, er kann seinen Kopf drehen, das sieht halt eher aus wie ein Helm, aber man sieht immer noch, dass es Batman ist. Ich mag ja das, das Kostüm dann im zweiten. Ja, aber das haben die bei den Filmen natürlich nicht beachtet, weil da geht's ja nicht um Realismus oder sowas. Es ist natürlich schön, so eine Szene, wie er im Auto sitzt und so einen Schulterblick machen will und es nicht kann. Es sieht halt immerhin cool aus, wenn er sich, wenn er sich mit ganzem Körper dreht, sieht es ja auch immerhin cool aus. Aber es ist halt auch ein bisschen affig. Oh Gott, ist das ein billiger Shot gewesen. Batten the Bird. Warum sind die Spitzen ihrer Handschuhe rot? Ich hab es verstanden, those balls und nicht those boys. Ist ein Joe Schumacher-Film, man merkt's. Oh. Oh, aber er hat sich jetzt die Nase zugeklebt oder so, gell? Das ist jetzt nicht mehr anfällig. Jetzt gibt's noch eine dumme Kampfszene. Und dann noch die Kunstlippen da. Ach ja, jetzt macht sie sich mega an Robin ran, ne? Boah, diese schrägen Kameraeinstellungen. Ah, die schauen super aus. Das sieht halt auch genauso nach Adam Westing aus. Also, es sieht jetzt aus, als würden sie gleich großschlägern und Pau und Chang und Bums. Ja, die fehlen. Das ist jetzt das Adam Westingste Set, das der Film hat. Gibt es ... Ja, komm, aber den Power Rangers wär's peinlich in diesem Set. Gibt das nicht irgendwie so ein Recut auf YouTube, wo man diese Pau-Shot und so weiter einfach eingefügt hat? Die haben das auch beim Honest-Trailer gemacht. Stimmt, ja. Funktioniert so eine Eiscreme-Fabrik, dass da einfach überall dann diese tödlichen Eisnebel sind. Oh, übrigens ... Oh Gott! ... Batman auf einem Walkway. Schuhmacher got their first. Diese Scheiße mit No Beauty, Just a Beast, ey, das ist auch so ... Ja. Aber hier, guck mal, es ist genau derselbe Schauplatz wie in Dark Knight Rises. Bane gegen Batman. Ja, das stimmt. Ihr Comic-Fan hat jetzt wahrscheinlich drauf gewartet, dass ihm das Genick bricht. Oh, er hat keine Nase abge... Ja. You want some ice cream? You want some ice cream? Yes, yes. I don't like chocolate ice cream. There must be more of them here. Are you a chocolate fan, that man? Ja. You don't like chocolate ice, Batman. Ja. Und jetzt diese bunten Streusel. Alter, wie er seinen Kopf nicht drehen kann. Ja. Help, I'm Batman and I can't get up. Wow, sie verführt ihm auf einen Haufen ... Was ist das, ein Sackenmehl? Diese Pheromonen-Düfte. Alter, wie klein Bane wirkt. Ich meine, Tom Hardy ist ja auch nicht so ein großer Schauspieler. Er ist ja auch kleiner als Batman in Dark Knight Rises. Ja. Ich glaube, sein Nippel sind immer die größeren. Dark Knight Rises ist jetzt auch nicht viel weniger lustig. Das ist ja echt, sie leckt ihm gleich die Nippel, ey. Ich glaube, die sind ein bisschen größer geworden. Ja, vom Eis. Halbwalt, Commissioner Gordon ist halt so ein Witz auch in diesem Film. Er sieht gerade echt aus wie der Hulk. Ja. Ja. Oh Gott, Leute, wie lange geht der Scheiß noch, ey? Oh, eine Dreiviertelstunde, Alter. Das kann nicht wahr sein. Yes, yes. Oh Gott. Wie die alle so im Kreis da brav hochgehen. Wo können sie jetzt alle runterfallen? Ach, die können gar nichts, ey. Die sind alle so unfähig. Ja, der Kameramann ist auch unfähig. Der Kameramann, alle sind unfähig. Am Statt, einfach alle. Ohne Scheiß. Sieben Cops auf einmal weggekickt. Der Domino-Effekt. Wo kam sie jetzt einfach plötzlich her? Ist sie aus dem Boden gewachsen? Ja, gewachsen. Aha. Er hat Handschuhe mit Fingernäkeln. Ja, mit diesen roten Spitzen. Das ist das Affigste. Das erinnert mich, hat einer den Beowulf-Animationsfilm gesehen. Wo Andrea Julie so fleischfarbene High Heels hat. Oh ja, der Beowulf. Ja, ja. Nee, vor allem, das sind keine High Heels. Das sieht aus wie High Heels. Das sind tatsächlich Klauen. Ja, das sieht aber scheiße aus. Ja, es ist halt nur ... Oh, jetzt ist er schon wieder ... Ja, ich couldn't stand it. Dickstack. Das war jetzt eben echt zu Adam West. Oh, und jetzt macht er ihn zum Joker, gell. Ach, klar. Er ist in Weidmeister gefallen. Und jetzt kommt Jared Leto raus. Ja. Alter. Alter. Ja, das ist ja Eiscreme, stimmt. Ihh, it's Hulks Blut. Ach, das ist schon gut, dass sie auch ein bisschen aus den Comics, dass Parson Ivy ihn an seinem Stolz packt. Dass er nur der Sidekick ist. Das ist schon ganz gut eigentlich. An seinen Eiern packt. Du liebst diesen Film echt. Naja. Darauf könnte man halt theoretisch ... Theoretisch steckt hier eine berührende Geschichte drin über Vaterfiguren und Familie. Genau, genau, genau. Aber eigentlich geht's nur um Schwachsinn von einer Pflanzenlady, die sich mit einem Eismann zusammentut. Wie sagte doch schon Carrie Fisher, it's about family. And that's what's so powerful about it. She wants to cover the world in plants. He wants to cover the world in ice. Their team up. Ja, das ist echt das Dümmste. Nein, Nora. Oh, jetzt kommt eine richtig dämliche Szene. Ich erinnere mich wieder. Und diese Katzenohren von ihr, was soll das? Dieser fette Pelzmantel jetzt auch. Oh, dieses aus Brille. Nein. Boah, vor allem der Pelzmantel passt überhaupt nicht. Nee. Na doch, das passt voll gut, weil sie scherzt hier nur um Pflanzen und nicht um Tiere. Bla, bla, bla. Aber um Natur oder was soll man machen? Natürlich. Oh, guck mal, das vom Cover von The Lodge. Jetzt weiter, jetzt weiter. Komm, 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 komm. Ja. Yes, 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 yes. Ja, 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 ja. Ist ihm nicht in die Hand gefallen. Und da ist die Träne Blood will freeze my hands Warum hat der eigentlich so ein Hugh Hefner-Look hier immer Ja, stimmt, der sieht aus wie Ja, wie Snoke You just won the joke of the day Snoke, sehr gut Alter, sind seine Zähne sogar Eis gebrüht Sehen ihr grün aus? Später im Film sehen die grün aus Ja, natürlich Er hat wirklich das Eispray aus Mad Max, jede Wette Was noch viel geiler wäre, wäre eigentlich Stell dir mal vor, man hätte jetzt Christopher Walken für Mr. Freeze genommen, dann wären das so seine Zähne so spitze Eis zapfen Oh Gott, diese Puppe Oh Gott, oh Gott Diese unfassbar billige Puppe Ah, sie ist eisgeil Einfach nur Kopf Die ich noch, ey I am the dentist Stell mal vor, die im Zungenkuss mit einer fleischfassenden Pflanze, ey Das ist jemandes Fetisch Ja Die Weinsart Künstler Ticken gerade aus Hat er jetzt die kurze Schneekugel eingefroren? Oh wow, von jetzt auf gleich ist Alfred plötzlich halbtot Da kommt Anthony Hopkins Jetzt hat er Super-Aids-Krebs Ein bisschen zieht sich das schon, gell? Also ich liebe den Film ja Ja, weil echt Ja, weil sowas dann denkst du Ja, das sind halt einfach die kack langweiligen Szenen Wenn er halt einfach nur Die ganze Zeit aufs Gas gehen würde Jetzt, das brenzt halt so aus Ja Das sind die schlimmsten Die schlimmsten Szenen sind eigentlich wirklich die Wo der Film denkt Er wäre immer noch ein Film Und kein Musikvideo, ne? Ja, keine Ahnung Ja, ist Musikvideo Und Clooney schon wieder in einem schwarzen Anzug Ja, der Der hat sich schon Ich zieh mich nur in schwarz an Und manchmal ganz, ganz dunklem Grau Der hat sich schon für die Beerdigung bereit gemacht Bevor Alfred überhaupt tot ist Vielleicht geht der jetzt wieder irgendwo was futtern Alter, wieder nur rumpitschen Was hat der für peinliche Koteletten, ey? Ja, das sind die Rebellen-Koteletten Das sieht aus wie Young Saul Goodman Wie, wer? Aus Breaking Bad Benzakos Saul Ach so, der Bob Odenkirk Ja, ich wusste den Nachnamen nicht Du hast ja Ich hab Breaking Bad nie gesehen Was soll das? Was? Ja, interessiert mich nicht Wir müssen Breaking Bad Cast machen Viel Spaß Hört beim Movie Break rein Ja Da mit dem Breaking Bad Cast Oh, guck nur Guck nur Er versucht zu Schauspielern Hey, er sieht echt aus wie Ian McKellen Ja, er hat extreme Ähnlichkeit mit Ian McKellen Oh, jetzt Er hat eine Waffe Nee Oh, schau Der hat gerade geführt Jetzt kommt der Typ aus Jurassic World 2 rein und mit dem Telefonkissen Stimmt Oh Gott, Jurassic World 2 bist du eigentlich auch noch was Da bin ich aber auch wieder in Team Pro, gell? Das wisst ihr schon Geile Hey, Jurassic World 2 Ich bin dabei Ja, der ist genauso hilarious wie der Der ist das Top-Strahl Der ist der Transformers unter den Jurassic World Filmen Transformers 2 Oh, ja Ey, Ian McKellen wär geil gewesen Naja, aber der ist schon Es ist auch schön, dass der hat doch die ersten vier Filme Durchgezogenen als einziger, gell? Das ist schon schön Sieh nicht auch kurz danach gestorben? Sie ist 90s Emma Stone Äh, ja Per Tangle als komischer Mit einer schlechteren Filmauswahl Ja, Emma Stone ist Superschock Und wieder eine große Ein großes Penisteleskop, was auch immer Was sind das da für komische Luftballons? Das ist eine Party, Alter Eine Eröffnungsparty Ey, warum sieht jedes Set aus Als wäre es immer das gleiche Wie das Museum nur anders dekoriert jetzt? Weil's so ist Ach, da ist sie schon wieder Sie hat noch eine Szene, okay Und da ist wieder die blöde Reporterin Gossip Girl Ja, schon wieder die 9-Kiez Ich bin eine echte Figur Von Gossip Girl Ne, ne, sie heißt Gossip Girl Das ist der Charaktername Ach du Scheiße Soll das Vicky Vail sein? Vicky Vail wurde doch im letzten Film abgehandelt Ne Ne, im ersten Im ersten, ja Mir fällt jetzt echt mal auf Wie lahmarschig der Film eigentlich ist Ja, ja In den Szenen, wo er versucht, ein Fan zu sein, ja? Ja Oh, jetzt sitzt der alte Gordon hier Oh, ja, 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 das hab ich lange nicht mehr gefühlt Oh, oh, oh Boah, wie sie I just love Oh, Gott Sag mal, will er hier jetzt einblasen, oder was? Es kommt Es kommt bei ihm auch so vor, als hätte er ein Downgrade gekriegt Von seinem Dienstgrad her Weil jetzt hat er auch wieder so eine Polizeiuniform an Und dabei hatte er In den anderen Filmen immer so Anzüge und Krawatte Einfach damit man ihn jetzt als Damit man ihn jetzt als Polizist erkennt So Scheiße sehen manche Effekte gar nicht mal aus Weil dieser Film ist für dumme Ja Eben ist das heute auch ein bisschen anstößig Ne, hat sowas von Rudy Giuliani Oh, das mit Ja, aber das war auch eindeutig Da war auch eindeutig was nachbearbeitet Wow Da wurde eindeutig was rumgeschnippelt Entweder hat er die mega schrillen Gay Parade Outfits an Oder was aussieht wie so ein Mehlsack Ein Mehlsack Ich dachte erst, du wolltest Miyazaki sagen Anni, bist du noch da? Ich schlaf eine Runde bis zum Finale Das war's schon Der, der den Film am meisten liebt Klimt sich einfach mal aus Er kann's einfach nicht ertragen Dass wir so über ihn herziehen Nein, ich hab den Ton lauter gedreht Und euch leiser Weil ich will den Film immer nur genießen Das ist das peinlichste, was du je gesagt hast In den letzten 5 Sekunden Ja, vor allem über Batman & Robin Bei jedem anderen Film Halt die Schnauze, ich will den Film sehen Genau Bei irgendeinem guten Film würde ich das entschuldigen können Ich will hören, was Bane sagt Ich will die Dialoge hören, hallo Die Dialoge Jemand zerstört das Bett-Signal Schumacher war's der erste Boah, das ist so symbolisch, ne Diese Szene Es ist so symbolisch Das war die Szene Oh nein Nach der Clune, die gesagt hat I just killed the franchise Jetzt kommt vor allem die Jetzt hackt sie mit dem dümmsten Passwort Was hat sie für ein Fischer-Price-Kinder-Computer Hey, das sind die 90er Das passt schon Ist nicht mal Apple hinten drauf Jetzt kommt wieder der Gefühlvolle Szenen nochmal kurz vor, dass es wieder abgeht Es bremst den Film so aus Ohne Scheiß Michael Guff Michael Guff Don't try so hard It's not worth it Ich mag den Ich auch Ja, ich mag ihn auch Aber halt Es ist so verschwendet Für diesen Film Der wär echt cool Stell dir mal diese Stell mir diese Art von 10 im echten Film vor Ja, ja Es war schon der beste Alfred einfach Michael Caine war schon cool Wie hieß die aus der Serie nochmal eigentlich? Welchen meinst du? Dein Plan aus der Adam West-Dir Ja Nee Du meinst den aus Gotham oder welchen? Nein Schon aus Adam West Ach, der aus Gotham ist doch jung Gab's da einen Butler? Oder meinst du sogar aus der Pennyworth-Serie? Na, aber das ist doch dasselbe Warum gibt's die eigentlich? Ich hab keine Ahnung Die hatten einfach irgendwie noch Geld über nach den letzten Steuerabzählungen Und haben dann gesagt Fuck it Wir machen eine Serie über Alfred, die mit absolut nichts zu tun hat Und vor allem die auch gar nicht Niemand redet darüber, hab ich das Gefühl Aber es gibt eine zweite Staffel Ich fand die Serie jetzt gar nicht mehr so verkehrt Aber null Verknüpfung zum Batman-Universum Aber Clooney ist jetzt so in seinem Emergency-Room-Modus Dass er Leute palliativ begleitet Deshalb ist er auch, hier ist er auch am besten schauspielerisch Hier sind mal so ein paar Tränen zu sehen Weil ich halt glaube, jetzt haben sie ihm gesagt Jetzt mach einfach so, wie wenn du in Emergency-Room einen Patienten verlierst Oder wie auch immer Ich dachte erst, er beißt ihn Ja, das ist die most genuine Szene Ellen Napier meine ich Jetzt hab ich die most genuine Szene nicht verpasst Weil ich schauen wollte, wie der Butler aus der Serie heißt England Passwort England Hey, wie viele Passwörter gibt die denn noch ein? Es ist nicht bei drei Versuchen eigentlich gesperrt? Das war halt noch vorher Margaret Thatcher Maggie Nee, Peg M-A-G-A 2020 Moment, ich bin mir hundertprozentig sicher Der Schriftzug, wo da steht Love Peg Das war in dem anderen, in der einen Einstellung nicht da Peggy Doch, doch, war schon da Peggy Carter ist das Ist das Wow Jetzt sieht man das Film-Logo Jetzt sieht man gleich das Film-Logo Ein, ein Drei-Buchstaben-Passwort, der Hammer Jetzt, jetzt kommt gleich das Film-Logo, passt auf Wie sie versucht, Druck auszusehen einfach Hey, Alfred hatte halt Bock auf iMovie und Flash gedöhnt Das ist so dumm, dass da alles erscheint Ist genauso wie in Batman Forever Wenn jemand einbricht, dann fährt sofort halt alles raus Das Batmobil und der Computer wird angeschaltet und so Intruder-Alert, Intruder-Alert Und halt alles, alles wird rausgefahren, wenn man's klauen kann Stell dir mal vor, du stehst auf der Straße und plötzlich kommt dieser Eismobil, ey Und es ist nicht beim Kölner Karneval Das ist ja Ey, wer spielt eigentlich den neuen Batman-Film in Alfred Gibt's da einen Alfred überhaupt? Ähm, ja, doch, Andy Serkis spielt den Ach, stimmt, na geil Oh ja Geile Besetzung Ja, der war noch nicht im Trailer drin, oder? Obwohl, der wär noch ein geilerer Pinguin gewesen, ja Doch, er war im Trailer, äh, zu hören Über die Stimme, oder? Ja, genau, schon Ja Ja, Pinguin stimmt, das wär's naheliegend, aber Colin Farrell sieht auch cool aus als Pinguin Ja, das wird der Hammer, glaub ich Oh, jetzt ist hier diese Scheiße mit, das Robin-Symbol ist erschienen Ich geh da jetzt hin, ey, Bitch Alter Clooney hat echt nur ein Gesicht auszuprobiert für diesen Film Ah, diese Thematik, die gab's ja sonst noch nicht, das find ich eigentlich ganz gut Also ich mein, es gab ja noch keine Filme mit Batman und Robin und so Aber, äh, diese Batman Forever, da war er doch schon dabei Ja, ja schon, ich mein jetzt aber, dass sie's, äh, so ein bisschen diesen Konkurrenzkampf zwischen den beiden Das find ich schon ganz spannend eigentlich Ja Daraus könnte man was machen in dem echten Film Batman vs. Robin gibt's doch, als Animationsfilm Das ist mir vor allem, das hab ich ja auch, glaub ich, in unserem Batman-Cast gesagt, wo ich halt, das ist so ein Film, der Karrieren tötet, aber mit George Clooney ist es nicht passiert Und ich glaube, das ist einfach sein, sein Charme gewesen, wo er halt irgendwo gesagt hat, halt, ich mag ihn einfach so sehr, ist egal, packt ihn irgendwas anderes John Glover hatte noch ein leichter Karriere Naja, Juma Thurman und Arnold Schwarzenegger und so weiter, haben sie ja auch nicht die Karrieren getötet, das passt schon Aber bei Chris O'Donnell schon so ein bisschen, glaub ich Ja, der Typ, aber der ist halt auch kack Das, boah Nein, nein, weil er war ja, das, das Batman-Zeug, das war ja ein Nachduft der Frauen und dann hat er eine Fernsehkarriere, ist in irgendeinem CIA-Blabla drin Ach, ja, ja, aber da ist er im Prinzip ein Robin in weniger Trotz Ey, Andi, da sind deine LED-Einsen Ja Die sehen halt aus wie ein Pandor zu Lavalampen Ja, die hab ich ja auch hier auf dem Balkon Nein, das sind Mr. Freestyle-Dos Boah Wo haben die diese ganzen Diamanten her? Boah, der Typ war echt, wie, wie, wie teuer war der eigentlich? Der dürfte echt teuer gewesen sein Der müsste so um, um die, äh, um die 120 bis 140 Billionen gekostet haben Billionen Und dann nochmal ein unfass, ich guck mal eben, wie viel er, wie viel er eingespielt hat Na, Schnäppchen Ja, oh, freeze is over 125 Gut geraten Krass 125 Millionen Ja, das alleine als Produktionsbudget Wie viel hat er denn eingespielt? Na, keine Ahnung Ja, das ging schon für die LEDs drauf Jetzt ist sie in der Betthöhle Oh, und hier kommt der gruseligste Alfred-Moment iPad-Moment Ja, Alfred Das ist nix der Alfred-Moment Wenn er halt, wenn er halt sagt, so I, äh, I think the liberation of making the measurements myself Und ich denk mir, okay, wann So, ich steh mir halt vor, wie er so nachts in ihr Bett kommt, während sie schläft Und so mit dem Aspern Der Film hat 238 Millionen reingeholt So, krass Oh, sagt euch den Namen Max Headroom was Max was? Max Headroom Ja Ja, das hier ist irgendwie Alfred Max Headroom Weil er glitscht Alter, wie billig das aussieht Sie ist so schlecht I liked your hair back Vor allem dieser hässliche Hintergrund Das ist, als ob der vor einer Wand aus Legosteinen steht Ja, und ruckelt rum wie der Skyplayer Jetzt, jetzt kommt's, oh, jetzt kommt die, jetzt kommt die Körpereinstellung von ihr Ja, Muschi-Shot Alfred hat schon guten Mode-Geschmack Camel-Toe Arsch-Shot Sie hat keine Nippel Sie hat keine Nippel, ja Diese Scheiß-Musik Wobei, hätte die Nippel, das ist ja ausgesehen wie bei Austin Powers, diese Nippelkannen Maschinengewehr-Nippel Das ist ja geil Sind die nicht, sind solche, sind solche Maschinengewehr-Nippel nicht auch in einem der Machete-Filme? Ja, wollte ich gerade sagen Das, eigentlich könnte Robert Rodriguez nicht mal so ein Batman-Film mit Daniel Ey, das wäre doch der Hammer Das hätte noch so einen richtig dreckigen Look Ja, genau, mit, 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 äh, Danny Trejo als, äh, Pinguin Weiß ich nicht Ja, als Bane? Nee Oh Gott, das ist hässlich Diese Tapeten, äh, nicht Tapeten, diese Vorhänge Das ist schon was, wie die da runterkommen und so Ah, wunderschön Oh, sie blüht auf Oh, das ist auch ein geiles Zettel Teilweise, teilweise, teilweise klingt die Musik auch übelst von Wagner geklaut Kann man schon mal machen Ja, die Venus Die passt überhaupt nicht, die Musik, überhaupt nicht Ja, das Saxophon passt schon immer Ja, Saxophon Dieses scheiß Saxophon, ey Das ist einfach so on the nose die ganze Zeit, der Score Halt ohne sexy Frau Oh, na, 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 na Wow, 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 wow Das passt ja auch zum Film, der ist ja auch eben nicht ganz so subtil, der Film Das ist halt noch so wie die, das ist halt noch so die Kirsche auf der Schlagsande der Scheißigkeit Boah, Alter, wie unfassbar trashig dieser Film ist Jetzt hat sie gezeichnete Augenbrauen Ja, wie viel Outfitwechsel hat die eigentlich im Film? Ich glaube, mehr als Daniel Kübelböck in Daniel, der Zauberer An die, sie hat aber auf jeden Fall nicht so viele Outfit Changes wie Prinzessin Amidala Natalie Portman ist ja auch sexy gegen sie Na komm, sie ist auch sexy hier Sie ist allgemein sexy Ey, die sieht aus, als hätte sie eine Deutschlandflagge über die Augen Ja, das stimmt Stimmt Sie sieht aus wie Leute, ich weiß Hier gerade jetzt, hier gerade jetzt sieht sie aus wie Divine Sie sieht aus wie Divine in Pink Flamingos Guck mal, er hat ein Lippenkondom Ja Ja, Gummi schützt oder sowas, sagt er doch Aber sie sieht aus wie Divine Jetzt sieht sie aus wie die Herzkönigin Ja, auch ein bisschen Der Kopf muss rollen Jetzt, sein Umhang ist da an seinen Schenkeln befestigt Ach, das sah aber George Clooney's Arsch nochmal richtig gut aus George Clooney's Arsch Das war nicht George Clooney Ne, das war auch nicht George Clooney Ja, das stimmt Das ist auch nicht George Clooney Das ist George Clooney Und jetzt kommen auch die Pflanzen-Wortspiele Die hatten damals noch nicht die guten Superhero-Landings Das war ziemlich weich Er muss eigentlich schon richtig einschlagen Ja, das stimmt Die sind irgendwie so leicht in den Knien gefedert Das ist auch im ersten Batman schon der Fall Superhero-Landing Wie langweil die ihre Line Wir haben die Trainingsmontage ernsthaft übersprungen Krass Ja Aber nee, sie haben ja am Anfang schon gezeigt Dass sie Robin verprügeln können Boah, wie billig gerade dieser Hä, was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Vor- und zurückgespult Diesen Shot Ja, ja, genau, genau Das haben sie Die haben das geloopt Die haben das vor- und zurückgespult Du hast direkt Geil Ja, das kreatives Filmmaking Gleich kommt derselbe Shot nochmal Nur, das hat er nicht zurückgespult Andi, hast du gerade ernsthaft gesagt Kreatives Filmmaking Ja, genau Der ist wie Godard, weißt du schon Haben wir vorher auch noch besprochen Außer Atem Der hat ja auch ein bisschen so die Macharten ausgelotet Das macht schon euch schon mal hier auch Hast du gerade in einem Audiokommentar Zu Batman und Robin ersthaft den Namen Godard Natürlich Ja, dann hau ich jetzt noch André Tarkowski raus Wir schauen nur, aber wir sehen nicht Bei diesem Film triffst du das Ja, da fehlt nur noch, dass du so Standbilder reinbaut Und so ein bisschen Stammkatz und so Passt schon Warum frisst die Blume sie jetzt? Warum hat die Blume sie jetzt gefrisst? Wieso braucht der, um sich von diesem blöden Schlinken zu verfreien? Ja, er hat die Bad Baumschere Baumsäge Bad Baumschere Weil wirklich, Alicia Silverstone sieht so gelangweilt aus Und als wäre das alles peinlich Boah, das ist aber ein geiler Kommentar Was sagt sie, wo sie Bad Girl sagt Und dann sagt sie, das ist aber jetzt nicht korrekt Wieso bist du nicht Bad Person oder Bad Woman? Dieser Film ist seit der Zeit voraus Boah, Alter, diese Doch, sie hat Nippel, oder? Ja, aber nur so angedeutet Nicht so extrem wie die Männer Nicht so hart hier Nicht so hart Ey, das sieht cool aus Diese Modellshots sind ziemlich gut Doch, wie das eingeeist ist Das hat er sogar ein LED im Mund Geil Der hat dieses Zahnaufhellungs-Ding Was auch mal in der Kalkurve-Folge drin war Oh ja, die Eiskanone Die auch total sinnvoll macht Mit der Pflanzen-Lady Hat er jetzt ein LED-Licht in der Fresse So wie die Zähne leuchten? Ja, du bist voll hinterher Hat er das schon gesagt mit Let's kick some ice Warum eist da jetzt einen Zug ein? Da fällt der Frieder einfach alles ein Ah, stimmt Da ist halt ein Zug im Weg Obwohl, ich muss sagen So scheiße Kann ich doch auch aus den Arkham spielen So scheiße Oh mein Gott, wir haben echte Passanten Ah, das ist schon richtig geil Okay, das sieht richtig kacke aus Ah, geil, wie sie den Typen In der Telefonzelle mit Alufolie eingewickelt haben Ja, das sah echt Oder mit so Frischhaltefolie einfach nur Mit Frischhaltefolie, genau Warum dieser Hund eingefroren ist Das war weird gerade Ey Das ist aber schon schön Auch jetzt der Score Das ist so ein bisschen Burton-mäßig Auch, das passt schon Ja, der ist wirklich richtig Das hat richtig Erfman-Vibe jetzt Wieso fängt alles an zu brennen Wenn er das mit einer Eiskanone einfriert Nee, die sind ja nur reingeschossen Kachen da rein Und jetzt haben wir neue Spielsachen Oh ja Warum die die jetzt her Die hat jetzt noch Elfen auf dem Stabbebett Hey, das Ding hatte ich von Burger King damals Und hier dieses peinliche Ding, das sie aufhat Was wirklich, das hast du Schickst du mir das? Ich will das haben Gleich mal auf den Weg Du willst dir das auf deine Mörder stammeln Diese peinliche Da, diese peinliche Betthaube Die sie aufhört Ja, die schaut echt krass komisch aus Oh Mann, ist das dumm Oh Mann, ist das dumm gilt für den ganzen Film, ey Alter, wie lang geht der noch, ey 20 Minuten Das ist aber geil Das haben sie Modellen gemacht Diese komische, diese Person, die da rumstand So aus wie dieser, so ein Plastiksoldat Einfach, ne Der sieht aus wie der Mann in einer eisernen Maske Boah, wie schlecht das ist Vor allem, warum haben die Warum haben die jetzt passend zum Eissetting Neue Kostüme alle Weil Spielzeug Ja, das kann ich jetzt auch nicht anders erklären Das ist doch einer der Sachen Das ist doch einer der Sachen Auf die ich erst richtig spät gekommen bin Halt, äh, die Sache mit C-3PO und seinem Wisst ihr noch, C-3PO mit seinem roten Arm In Episode 7 Wisst ihr, warum der einen roten Arm hat? Nein Um mehr Spielzeug zu verkaufen Und von wegen halt, weil C-3PO sieht ja eigentlich immer gleich aus Und da wollten die aber, hey, wir wollen aber, dass wir neues C-3PO Spielzeug haben Also haben die garantiert deshalb einfach nur seinen Arm rot gemacht Und ich dachte, scheiße, wieso hat er einen Hellboy-Arm jetzt? Es gibt bestimmt eine Star-Wars-Resistance-Folge, wo das erklärt wird, warum er einen roten Arm hat Ja, bestimmt Ne, das war ja halt mit einer von J.J. April's Mystery-Box-Sachen Oh, jetzt, ihr Spruch jetzt Dumm, ey Ihr Spruch jetzt, ihr Maybe he melted Das ist so peinlich und es ist ihr peinlich, dass sie den Spruch sagt Sie hat null Bock Vor allem, warum hat sie diese Haube auf und auch noch die Maske? Ja, das hat sie über der Maske Weil es halt draußen kalt ist, weil sie scheiße aussieht Dass ihre Ohren nicht frieren, weil Sie hat ein extra Alter, George Clooney wirkt so verloren in diesem Film Alle wirken verloren in diesem Film Ey, jeder von euch spendet mir einen Euro für die Leihgebühr, ey, wirklich Das kann ich leben Wann sind gerade seine Nippel durch die Lupe vergrößert? Fehlte Schuss Oh mein Gott, du hast recht Ich muss sofort auf YouTube, auf Ebay dieses Burger King Spielzeug mit diesen silbernen Accessoires irgendwie googeln Die haben Laserschwerter, die haben so eine Laserpistole So ein Relikt der 90er, Andi Ja Ich weiß nur noch, auf dem Kindergeburtstag hatte ich das Ich hatte damals dieses Joker-Mobil, wo der Joker-Kopf da ausgeschlagen hat Oh, das war cool Oh Gott Freeze is coming Oh Alter, wie scherz die so salti sind Boah Alter, wie kann man Batman so scheiße kämpfen lassen, wirklich Der wirkt wie der hinterletzte Honk Jetzt fallen sie schon wieder irgendwo runter und schießen die Dinger ab Aber ich bleib dabei, dieses Eist, äh, dieses Eingeeiste Museum oder Observatorium, das sieht geil aus Ja Wow Was wird sie eher erschlagen, der Boden oder der Eiszapfen? No, I got you Warum haben sie sich nicht von Anfang an daran festgehalten? Weil er schlecht gezielt hat Was sollten die random Typen gerade? Ach, die Emanzenstelle Alter, ey Batman ist tot, Leute, ey, wirklich Irgendwie Clooney In diesem Anzug, ey Das ist super, ne Vor allem, ähm, äh Wenn wir überlegen, es war nur Batman Begins, es war nur irgendwie sieben oder acht Jahre hier nach Ja Aber es fühlt sich an, als wäre es viel länger Ja, es fühlt sich an, als wäre der Film ja auf einer anderen Zeit Der, der, der Autor, Akiva Goldsman, hat auch irgendwie gesagt, dass, äh, Flop, solche, solche Fails wie diese zu haben, ist wichtig, damit das Studio erkennt, in welche Richtung sie jetzt nicht mehr gehen sollen oder wie auch immer Ja, hat man auch an Zusatzquad gemerkt Das ist einer von den Fällen Aber der war ja wenigstens kein finanzieller Misserfolg Und trotzdem schafft es das DC-Verse nicht wirklich irgendwie eine klare Richtung einzuschlagen Ja, irgendwie tausend Richtungen gerade Die haben das ja schon nächst aufgegeben Ja Die machen jetzt einfach nur, jeder Film macht sein eigenes Ding, damit bin ich auch glücklich Die müssen nicht das Shared Universe, lass es Marvel machen, die können das Das sind die einzigen, die es können Boah, jetzt kommt gelbes Sperma aus seinem Kopf Oh ja, dieser Schrumpfschat sah gut aus Ja, als ob Der Urinbeutel ist ausgelaufen Wie so ein zusammengedrücktes Trinkpäckchen, ey Wie eine Zitrone Ja Warum haben die so komisches Ice-Make-up, ey, als ob die vom Titanic-Set kommen Ja, weil die gerade wieder aufgetaut wurden Okay, jetzt ist das Ding Gott, wie abharte ich lächerlich Ali beim Fallen aussah Alter Warum geht dieser Countdown nach vorne und nicht nach hinten? Ist das die Unfall? Weil irgendwie so lange, ich glaube es so Nee, ich glaube es so lange dauert es bis Die Vereisung tödlich ist bei den ganzen Opfern Aha Passt doch mal ein bisschen auf, Dominik Ja, also wirklich Ja, das sagt mir der, der beim Inception-Cast über Viskosität redet Okay, das war's Jetzt lecken sie ja die Sonne von der anderen Erdseite irgendwie dahin Das ist schon clever, ja Wie Batman umschließt fest ein Joystick Das klingt überhaupt nicht zweideutig Wie ein Fetisch-Film Es ist wirklich, es ist ein Fetisch-Film, aber sowas von Vor allem, wie viel angedeutete Schwänze hast du in diesem Film? Das ist ja krank Bombs away, Batman Arnie ist ein riesiger Eis-Dildo In dem Film Oh ja, ein Eis-Gimp So ein Robber-Fuck-Master, ey Ey, ich glaube auf den Schock braucht der Arnie gleich ein Eistee Au, au Wow Ey, Bane ist nur noch so ein Lulatsch, ey Alter So dünn war ich früher auch mal Das ist so ein bisschen wie bei Fat Bastard am Ende vom dritten Austin Powers, wo er abgenommen hat Och ja Das ist richtig ekelhaft gewesen, ey Jetzt sieht mein Hals aus wie eine Vagina Oh Gott Gott Der ist auch scheiße, der dritte Teil Der ist so strunst dumm, aber es hat immerhin auch Michael Caine Oh ja, Michael Caine, der richtig im Modus ist Perfekte Besetzung für den Vater Darf ich seinen Dödel vergolden? Ich stehe auf sowas Und dann die Untertitel so Fragezeichen Hey, wisst ihr, wie viel dieses Teleskop gerade gekostet hat? Keine Ahnung One Million Dollars Das war das Teuerste am ganzen Film Ey, warum Wow Die Kamera Setzt die einfach auf irgendeine Ahnungsschulle ab Ja, guck mal, wie er wegkommt Moin, der schaut, wie wir gerade wieder reinfliegen Sehr gut aus, ey Wie konnten die sich eigentlich da hochziehen? Betterings natürlich Oh, jetzt gibt's noch Nordlicht da Ich hab keine Ahnung, was die jetzt Ey, wir müssen als nächstes den Schirmchamp-Melone-Film gucken Der ist auch so ähnlich Oh ja Mit Sean Connery Der ist noch schlimmer als der hier Seit wann hat sie eigentlich diesen Schönheitsfleck da im Gesicht? Ist der neu? Weil bei Schirmchamp-Melone hast du niemanden, der Bock hat Ja stimmt, die hat wirklich so ein Der ist neu, oder? Der ist auch vorher gar nicht aufgefallen Die hat auch nur Tellerner-Schnute Nee, nee Ist das auch Teil ihrer Tarnung? Gehört das mit zur Maske? Ja, die wollte einen auf Natalie Portman machen Und der wurde dann zu tief angesetzt Ey, die ist halt schlau Weil ich mein, wenn sich Batman mal so einen Schönheitsfleck irgendwo hinmachen würde Würde keiner checken, dass er Bruce Wayne ist Wenn er die Maske ab hat So eine riesige Überhaupt nicht So eine riesige Warte Warte, 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 warte Warte, warte, warte Oh, schon wieder Austin Powers referat zu dir Ey, würdest du sich eine Peggy Bundy-Frisur aufsetzen? Würdest du keiner privat erkennen? Ey, wie die wieder aussehen Das hat ja der Poison Ivy schon auf Da, die wackelnden, die wackelnden Eissapfen am Polizeiauto Dass wir diesen Film ernsthaft überlebt haben Ich muss sagen, ich fand den Super Mario Bros. unterhaltsamer Ah, der Hund hat überlebt Irgendwie schon Das ist wichtig Der Hund Vor allem tanzen Gumbas Jetzt ist er weg, jetzt ist er wieder weg, der Schönheitsfleck Was soll die Kage? Ich bin ganz verwirrt Man, was eine Kontinuität Aber wenigstens dem Hund geht's gut Oder hat hier einen Fleck auf dem Laptop Nee, der hatte schon einen Schönheitsfleck Oh, warte, hier, hier übrigens Hier müsst ihr mal drauf achten Bei den Close-Ups von Batman Wenn er mit ihm redet und auf die Knie geht Bei den Close-Ups müssen wir darauf achten Ich frag mich, ob das vielleicht Reshoots oder sowas waren Weil es wirkt auf mich Als würde dir das einen Scheiß interessieren Achtet mal auf seine Maske unter seinem Kinn am Hals Das wölbt sich so, als wäre es Schaumgummi Oh Gott, und wer hat das gefilmt hier? Das ist die beste Szene ja schon Das ist ja genau das gleiche Footage Wie im Film davor selber Ja, ich hasse es, wenn Filme sowas machen Ah, das ist super Alter, seine Zähne Wieso hat er das nicht die ganze Zeit abgespielt? Wieso hat er den Mr. Freeze erst mal durchdrehen lassen? Guck mal auf seinen Hals Wenn er sich hinkniet Seine Maske wölbt sich wie so Schaumgummi Und ihr seht auch übrigens, wo sein schwarzes Make-up aufhört Unten bei den Augenlöchern Gleich, wenn er sich hinkniet Wie oft hast du in den Film gesehen lassen? Hört doch mal die Augenlose Das ist jetzt witz emotional Ihr könnt sehen, wo das schwarze Make-up aufhört Ihr könnt sehen, wo das schwarze Make-up aufhört Wie sich die Maske wölbt Jetzt, jetzt Die Maske wölbt sich Seht ihr das damals? Jetzt ist er noch nicht so streng mit dir Ja Und jetzt gleich auch, seht ihr das Augen-Make-up Wo das endet? Unten bei den Augenlöchern Ja Wenn er im nächsten Shop irgendwo Das ist halt so eine Prise Realismus Lass jetzt Da ist es Jetzt sieht man vor das Make-up aufhört Ja, war gut, Andi Ja, Realismus in diesem Film Das brauchen wir Oh Gott, wie scheiße das aussieht Alter Jetzt macht er doch diesen Spruch irgendwie Take two And call me in the morning Halt irgendwie, weil er ein Doktor ist Ach ja, da ist das Gegenmittel, ne? Das Gegenmittel zu AIDS Das ist der Corona-Impfstoff Ich glaube, das ist eher flüssiges Viagra Deshalb steht dann auch Alfred Wiener 1 Ach ja, Alfred wird ja Stimmt Hä, ist der nicht tot? Nein Nein Der ist nur todkrank Und jetzt wird er gerettet Weil Mr. Fries jetzt gut ist Er hat sich jetzt umgedreht Das ist alles schön Aber Mr. Fries ist ja eigentlich Auch eine echt coole Figur Kann ich auch nochmal sagen Vor allem eine tragische Figur Ja, eine total melancholische eigentlich auch Ja, wie hier in dem Film Wie zum Beispiel Ja, genau Wie es auch nun Arnold Schwarzenegger spielen kann Genau Mit einem Gesichtsausdruck Arnie als Fries, Alter Tut ihm schon ein bisschen rum Einfach nur, weil er halt bekannt war Erinnert mich fast schon an das Aber ist da eben ein Swimmingpool drumrum oder? Das ist einfach nur das Gespiegelte von diesem Reagenzglas Was auch immer Ja, aber da muss man nicht ganz mehr light schauen Wo er, er darf ihre Er darf, nicht nur darf er hier seine Experimente fortführen Im, im Arkham Asylum Sondern auch, er ist ihr Zellengenosse Und bringt sie dann um Oder was ist die Logik? Nein, er quält sie Irgendwie habe ich sie völlig vergessen Ja, sie ist von meiner eigenen Blume gefrittet Wie liebt sie eigentlich? Wer liebt dich? Wer liebt dich? Wer liebt dich? Badman Wer, wer? Oh Gott Sie macht der Zuschauer Aha, sie frisst jetzt I'm in the sun, mate Surprise Alive in the living hell Die sieht aus als Sie sieht aus wie Pipi Langstrumpf in der Psychiatrie Das ist logische Siegel Hey, da will ich aber echt eine Serie davon sehen Eine Serie, wie das da weitergeht In der Zelle Wie die, so eine Sitcom oder so Wie die zu zweit jetzt in der Zelle sitzen Und wie Mr. Freeze Genau, so eine Weil er dann die ganze Zeit rumsitzt und böse lacht Und es einfach nur kalt in der Zelle macht Oder was macht er jetzt da die ganze Zeit? Das würde mich schon Dieser Film ist eine Sitcom Nur ohne Love Track Alter Ja, so ein Gotham City Sirens Ableger am besten noch, ne? Ja Jetzt sind wir gesund Oh, jetzt sieht er aus wie Hugh Hefner Jetzt kommt Hugh Hefners Original, ey Sie kommt jetzt in die Playboy Mansion We are in the Playboy Mansion Now, Master Bruce Ey, warum hat Bruce Alter, der hat immer schwarz an in dem Film Nee, er ist halt stilvoll Das passt schon Stilvoll, es sieht kacke aus Vor allem sieht er jetzt aus Vielleicht lief er ja deshalb Ein bisschen uncool Ist das dann halt auch eine Eine Anspielung auf den Original 60er Jahre Batman-Film Wo dann halt auch der in der Playboy Mansion Immer gespielt wurde Keine Ahnung Vielleicht reine Unabsicht Alter, ich hatte heute So einen anstrengenden Schulungstag Und guck mir dann Batman & Robin an Sei dankbar Und das nicht nur zwei Stunden Sondern zweieinhalb Wow, sie guckt so Ich gehe zurück zum Clueless-Set Sie wirkt irgendwie Clueless Ja Ja Komplett Konstant Ich meine, wer erinnert sich heute noch an Alicia Silverstone, ey Das letzte, worin ich sie gesehen habe War dieses Gregs-Tagebuch-Reboot Als die Mutter Ach du Schande Ja Jetzt Kauabanka Kauabanka Vor allem, da lag vorhin Pizza im Hintergrund Jetzt Jetzt gibt's einen Montagedreier We gonna need a bigger cave High auf Neben dem Neben der Betthöhle Ist ja geil Wenn Alfred jetzt auch noch so im Hintergrund her stolpern würde Keine Ahnung Ja, so So wie in dem So mit der Krücke Lego Batman Da hat Alfred dann auch ein 60er-Jahr-Kostüm Ja Ja Das war so klasse So, das war Batman & Robin Jetzt guck ich Jurassic Park in 4K Oh Gott, Alter Andrew Adamson, fickt euch, ey Wer ist denn der? Jeep Svanson Gibt's den noch? Spielt der noch was? Jeep Jeep Ey, aber geiler Soundtrack Wie schon hier Smashing Pumpkins Das war doch auch schon hier der Soundtrack von Batman Forever war auch schon geil Der Batman Forever Soundtrack war besser Ja, das war U2, ne? Glaub ich, oder? Ja, die hatten U2, Smashing Pumpkins Die hatten Seal Nein, in Schnells Das war ein guter Soundtrack Seal, also bitte Nee Alf Müller Kiss by Rose Das war ein guter Song Ja, ja, ja Der hatte einen guten Soundtrack Von wem war dieses Kiss Me, Kill Me Oder wie das hieß Das war doch War das nicht U2? Ja, doch, stimmt Oh, Leute Wir haben das Ding überlebt Ich glaub's nicht, ey Ja Das war Ja, komm Das Star Wars Holiday Spezial Steht noch aus Das wird härter Das wird echt härter Project Consultant Bob Kane Der Arme Das ist tatsächlich Bob Kane Aber der Bigfinger noch rein Ich meine Der Arme nicht wirklich Das meiste hat sich ja geklaut Bob Kane ist so ein So ein Alan Smithy Für 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 Leute, die an Batman Filmen arbeiten Ach du Scheiße Ist das nicht ein Gecovertes Lied aus dem Watchmen Soundtrack? Eher war es im Watchmen Soundtrack gecovert Eric Roberts Wo war der dabei? Das ist nur ein Namenszufall Ja, da gibt's mehr Bad Shop Bad Shop Ja, aber das war Batman und Robin Äh, Final Thoughts Zu diesem Film, Leute Boah Mich würde es interessieren Ob es jemand bis hier angehört hat Wenn es jemand bis zum Schluss Angehört hat Dann schreibt er jetzt Am besten in die Kommentare Lasse hat keine Ahnung Irgendwas, egal Andi, Andi, ist es Ist es nicht peinlich Dass er diesen Film mag? Steht da viel Nein, anscheinend gar nicht Was? Ich bin einer der wenigen Der sich hier noch so ein bisschen Trivia bemüht hat Ich auch Ja, du hast auch noch Was haben wir alle Irgendwie Was, was, was? Nora Frees Im Prinzip Copsicles Bei Rick Baker Tonys Food Service Casering Rick Baker Hat hier mitgearbeitet? Oh, jetzt kommt noch Die, jetzt kommt noch Die Pop-Ballade Geil Was ist das? ADR Hat nicht Coolio Irgendwie auch noch Was für den Film gemacht Wenn der schon drin war? Das ist gut möglich Nee, ich glaube nicht Main-Title-Design Anthony Goldschmidt Das klingt ja wie hier Aber gerne In einer ganz schnutzigen Version Ist es aber nicht Bad Mobile Freeze Mobile Red Bird Bad Hammer Bad Skiff And Bad Cycle Ach du Scheiße Ja, also Dom Du schickst mir jetzt Du schickst mir jetzt Diese Spielzeuge Aus dem Burger King Menü, oder? Guckt euch das mal Alle diese Leute Haben an diesem Film Für und sonst gearbeitet Ja Und Andi macht's für ein paar Burger King Spielzeuge Nee, die wurden alle bezahlt Das ist die wahre Tragödie Andi ist jetzt schon Auf Ebay Hab ich das Gefühl Ich war schon die ganze Zeit Auf Ebay Ey, der hat die ganze Zeit Doch schon gesucht Hast es nicht in der Unterhaltung Gelesen Ich sie auf einmal Ebay hochploppen Und die hat Die Spielzeuge Alle gesucht Ey, die können richtig Was wert sein Die Dinger aus den 90ern Bestimmt, ja Ich geb dir Zwölf Euro Schon Aber ich hab Nee, ich zahl dir Ich zahl dir die Amazongebühr Wenn du mir Ich weiß nicht Aber da gibt's ja keine Ich hab jetzt hier gerade schon geschaut Die schauen echt nicht so gut aus Hab ich das Gefühl Also hier Gott, jetzt erst kommt Ich pack dir da einen Euro In meine Bettkasse Also die Mr. Freeze Deluxe Eisterror Mobile Für 30 Euro Spinnst du Das schaut total Bullshit mäßig aus Hier Der hat doch kein blaues Kostüm gehabt Schick uns dein Dom, schick uns dein Paypal Und dann überweisen wir da was Machen wir doch Ey, ich hab dir diese eine Freeze, Bretton, Robin Die schaut halt aus Wie Soundtrack Album Haha Geil Ja The end is the beginning Is the end Gut Poison Ivy Gotham City Written by R. Kelly Oh Gott Stimmt, das ist R. Kelly Ah Der hat sich schon alle gehabt Eben wie ein Nachgeschmack bei dem Film Ja Dieses Dinge Ich hab Ich weiß noch Als ich auf einer Auf einer Klassenfahrt war Und da gab's den auf Video In so einer Herberg Und da haben wir den zusammen geguckt Und das war sehr sehr spaßig Den Film Das war dann Ja, in Großbritannien war das Und das war eine englische VHS Und den haben wir geguckt Und hatten sehr viel Spaß Dabei den zu riffen Story and Screenplay Wow, das gab es Okay 1997 Ja Zum Glück hat ich 30 Jahre später Ein bisschen was getan Ich bin echt jetzt Boah, ey Ey, das ist aber geil Guck mal hier Die haben sogar noch Spielzeug gemacht Was sie leider oder zum Glück Ich weiß nicht genau Im Film nicht untergebracht haben Aber hier, schau mal Ambush Attack Batman Was soll das denn bitte sein? Dieser Grüne Ambush Was, den Also Amish Attack Batman Hä? Amish Attack Batman Fast Egal, egal Ja, Superfilm Wunderbar Superfilm, ja Guilty Pleasure Meine Meinung ist Es ist einfach Es ist Es ist Es ist dumm Es ist nicht das Schlimmste ever Aber er ist halt einfach dumm Es ist schon einer der schlechtesten Filme aller Zeiten Das kann man Aber irgendwie Nein, nein, nein Der ist überhaupt nicht dumm Der weiß ja genau, was er macht Das passt voll gut Die Diskusität ist mit Andi Nein, nein, nein Es ist ein peinliches Desaster Wo das Studio schon ziemlich früh hätte sagen sollen Leute, stopp Nein, das stimmt doch gar nicht Und Andi postet ein Batman-Spielzeug Ich würde sagen, das ist echt der Punkt, wo wir jetzt hier echt abspringen sollen Wenn überhaupt noch jemand zuhört Vielen, vielen Dank fürs Zuhören Ja, zuschauen, liebe Anhören auf eigene Gefahr Ja Jetzt machen wir noch eine Wertung, oder? Machen wir noch Fazit und Wertung, würde ich sagen Oh Gott, eine Wertung Also ich würde sagen, wir geben 1 bis 5 oder 0 bis 5 Schlittschuhe oder sowas Eis-Eis-Pops Nee, Bettnippel Bettnippel, noch besser Lasse Eis-Eisbomben Okay, vielleicht hätte dann jeder sein eigenes Oder Haar-Bubs oder was auch immer Ich kann das nicht so bewerten Weil auf der einen Seite ist er irgendwie unterhaltsam In dem Sinne, was für eine trashige Katastrophe er ist Auf der anderen Seite ist es aber auch unfassbares Hybris Was halt die Filmemache angeht Und halt niemand hat darauf irgendwie gesagt Wir müssen das stoppen Das wird schlecht und das wird zu lang Dieser Film ist so lang Ja Ich kann nicht auf einer rein Auf dieser rein objektiven Ebene So als Film selber und als Batman-Film Verdient der nicht mehr als 0,5 von 5 Aber sowas den Unterhaltungsfaktor angeht Würde ich schon sagen, weiß nicht, 2,5 bis 3 Patrick Weil es irgendwie Spaß macht, ihn sich anzugucken Erst recht halt mit anderen Leuten Wo man dann halt dumme Witze drüber machen kann Ja, das macht echt Spaß, so stimmt Ja Aber halt sonst Also ich hatte hier mehr Spaß als bei Super Mario Bros Aber ansonsten ist es einfach Alter Eine Katastrophe Es ist eine dumme Katastrophe Und vollkommen zu Recht gescholten Aber es ist nicht das Schlimmste ever Nein Es ist immerhin irgendwie halbwegs interessant So zu überlegen Was waren die Gedanken dahinter Was haben die sich dabei gedacht Und so weiter Und einige der Performances machen Spaß Und andere sind wirklich grauenvoll Ich kann auch reingrätschen Nachvollziehen Aber ich glaube schon Das eigentlich ganz gut passt Also ich finde auch Das teilweise ganz gut passt Dass jetzt zum Beispiel Josh Clooney mal ein bisschen planlos aussieht Und so Obwohl er auch mit seinem komischen Grinsen In der Fresse die ganze Zeit auch irgendwie Denkst die ganze Zeit Der weiß schon was da passiert Aber jetzt was Alicia Silverstone gedacht hat Oder Chris O'Donnell Da bin ich mir auch nicht sicher Aber ich finde ihn super Allein schon die Sets und die Kostüme Diese ganzen Gangs Hey Der Film gibt so viel her Für 20 Kostümpartys Ja Großartig Und Ja ich gebe mal 4,5 3,5 von 5 Bad Nipples Da hat einer echt einen Fetisch Ja wirklich Wenn wir irgendwann Dieses persönliche Podcast Treffen zustande kriegen Und wir uns dann sehen Dann haue ich dir eine hin Dann ziehe ich mir Keine Ahnung So niemand Zeug an Nippe Kostüm Nippe Kostüm Ich werde dir dann sagen Let's kick some ice Ich schmeiß dann die Die Freude mich schon auf uns Da mach ich mal weiter mit der Wertung Ich tu mich ehrlich gesagt schwer Den Film überhaupt wirklich zu bewerten Der ist Wobei ich muss sagen Also Es war jetzt irgendwie nicht schmerzhaft Ihn zu gucken Im Gegensatz zu dem Super Mario Brothers Ähm Ja es ist eine Es ist eine unterhaltsame Katastrophe Ähm Ich hätte mir auch mehr zu sagen Hatte ich das Gefühl Aber Ähm Ja also Also wenn Dann muss man sich den glaube ich So angucken Also ich bin ganz ehrlich Ich hab bestimmt so 95% Nicht auf die Dialoge Gaget Welche Dialoge Ja genau Genau It's monkey business in here Ähm I am other nature Ja ansonsten Ich glaube ich bin so bei einem von 5 Bad Nippeln Ähm Ich würde mich freuen Wenn Wenn Äh Wir Leuten den Film tatsächlich mit unserem Audiokommentar ein bisschen erträglicher machen Ja das hoffe ich halt auch Ähm Ich hoffe ich hatte damit mehr Spaß Es ist aber schon irgendwie interessant sich den heute anzusehen Auch so als Relikt der 90er Äh Bis in die Haarspitzen 90er ist der wirklich Ähm Ähm Aber es ist auch ganz cool So gewisse Designs Aus denen man durchaus was hätte machen können Oder so So einzelne Ideen Also Dass der völlig talentfrei ist der Film Das würde ich auf keinen Fall sagen Äh Ist irgendwie ein uriges Äh Stück Äh Schlechter Filmgeschichte Also Also Irgendwie Irgendwie hatte ich den nerviger in Erinnerung Ich weiß auch nicht Vielleicht haben wir halt die ganze Zeit nur Scheiße gelabert Kann auch sein Ähm Vielleicht kommt man auch so nur durch diesen Film Also ja egal ich gebe jetzt ab 1 von 5 Bad Nippeln Ich hab fertig Patrick Okay Frash Film Gens 1 von beiden Da hieß es irgendwie Äh Äh Patienttod Oder irgendeine Scheiße Irgendwie Oder Genau Oder Klappe zu Affetod Nee Affe Nee Operation Miss Lungen Patienttod So Genau So musste die Diagnose nach diesem Film gelautet haben Ja Oh Gott Ach ja Ah ich würde sagen Naja gut Ich bin schon irgendwie jetzt ein bisschen erschlagen Ja 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 Wir hatten Wir hoffen wir konnten den Film für euch angenehmer gestalten mit unserem dummen Kommentar Und vor allem das Schönste wir konnten damit endlich mal wieder die Angry Film Fans Wieder beleben und diesen Cast der jetzt wirklich mindestens neun Monate vor sich hin schmort Ja Mal zu Ende bringen Das hat ja wirklich schon am Ego gedacht dass wir das so ewig verschieben mussten Und er wird echt schnell online gehen weil wir hier absolut nichts schneiden müssen höchstens irgendwie ein bisschen was aber gut Ja ein kleines Besinn Leute ich würde sagen Weil ist die Frage Ist das jetzt spaßiger wenn man dann mit dem Leerlauf am Anfang noch dazu macht oder Ja das entscheidest du dann im Schnitt wahrscheinlich Passt schon Cool Ich würde sagen wir verabschieden uns Andi echt cool dass du dabei warst Auch wenn du jetzt wahrscheinlich wieder nur aufs Spielzeug guckst gerade Ich höre schon gar nicht mehr zu Ich höre schon gar nicht mehr zu Du hörst doch schon an dieser Bevis lachen Ja ja Cool Ich glaube Andi baut sich schon so ne Eisgarn gerade im Hintergrund Oh schon mal Schlittschuhe angezogen Noch ein bisschen auf die Pisse Also bevor uns jetzt genauso wie die Dinosaurier wie Ice Age tötet Verabschieden wir uns Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Ciao ciao Tschau Bis dann Servus Es war jetzt eiskalt Sehr geehrte Damen und Herren Ladies and Gentlemen Wertes Publikum Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit Wenn Ihnen gefallen hat was wir heute gehört haben Empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte An jeden von denen Sie glauben Unserer Podcast gehört genau um deren Ohren Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback das Sie gerne verlassen können Auf den Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram Oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de Da gibt es Kommentarfunktionen Nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch Wir sind ein Podcast der von seinen Bewertungen lebt Gehen Sie auf Apple Podcast auf podcast.de Auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen auf denen man Podcasts bewerten kann Und bewerten Sie uns Das wäre total toll Wir danken Ihnen vielmals Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben Dann nutzen Sie doch die Gelegenheit Und via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen Oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen Die Sie in den Shownotes finden Vielen Dank und bis zum nächsten Mal Ciao